So, Stream wird jetzt gestartet und der Stream läuft, würde ich mal sagen. Yo Leute, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren GTA Online Livestream, Leute, auf meinem Kanal. Herzlich willkommen, Freunde. Heute gibt es was ganz Besonderes und zwar das Franklin Clinton DLC. Leute, Franklin kommt jetzt tatsächlich in den Online-Modus rein und ich bin super gespannt, ich bin super gehypt, muss ich sagen, Leute. Und ja, schreibt mal gerne natürlich in die Kommentare, ob der Stream bei euch überhaupt laggt, ob das alles bei euch super läuft. Ich glaube mal, dass es wahrscheinlich alles super funktioniert. Gehe ich mal davon aus, Leute. Und aus dem Grund, ich grüße euch alle, Leute, jeden einzelnen, sorry, falls ich euch jetzt nicht alle durchlesen kann, aber Leute, jeder von euch, der hier am Start ist, soll gerne gegrüßt sein und ja, sich auf jeden Fall hier wohlfühlen. Und wir werden heute mal die ganzen neuen Sachen uns kaufen, Leute. Wir werden einfach mal alles von diesem DLC gerne zusammen testen. Wir werden mal schauen, was ist soweit neu. Und ja, deswegen, Leute, würde ich als erstes sagen, gucken wir einfach mal, was es denn für neue Fahrzeuge gibt. Wir gucken einfach mal rein, Leute, was es für neue Fahrzeuge gibt. Und deswegen schauen wir mal, ich glaube, zuallererst bei, ja, gucken wir mal bei Arena War TV an, Leute. Vielleicht ist da ja irgendetwas. Wir gucken mal, Werkstatt renovieren. Äh, nee, da ist zumindest nichts Neues. Bei Bennys Original Motorworks gehe ich mal auch nicht oft davon aus, dass die was Neues haben. Da steht zwar immer, das ist neu, diese Sterne, aber das sind keine neuen Fahrzeuge. Das sind Fahrzeuge, die alle schon lange drin waren. Bei Elitas bin ich auch super gespannt. Ähm, wo ist ein Crymax? Äh, der kommt gleich später noch online. Äh, der startet gleich auch den Stream. Und, äh, wir werden dann gleich alle zusammen die Mission zusammen machen. So, erstmal schauen wir uns einfach mal genau, was es denn alles so neu gibt. Äh, bei Elitas Travel sieht so aus, als würde es da gar nichts geben. Und Leute, jetzt alle mal komplett im Chat eskalieren. Wo sind die Leute? Wo seid ihr, Freunde? Eskaliert jetzt mal den Chat komplett. Let's go, Freunde. Let's go. Eskaliert hier komplett, Freunde. Und lasst einen Daumen nach oben. Dann vergesst nicht gerne, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst, Leute. Und ich hoffe, ihr werdet... Oh, Leute, guckt euch das mal an. Guckt euch mal diese Wagen an. Der Fister Astron. Oh, das ist Porsche Cayenne, ne? Porsche Cayenne, glaube ich. Oh, das ist auf jeden Fall ein Porsche. 1,58 Millionen Dollar. Ui, Junge, Junge, Junge. Der kann man sich gönnen, Leute. Was geht ab, alle? Ich hoffe, euch geht es allen fresh, Leute. Ich hoffe, euch geht es gut. Ja, das ist auf jeden Fall ein Porsche. Ein sehr, sehr schöner Wagen. Was ist denn das für ein Wagen? Ist das ein Cayenne? Cayenne oder Cayman ist es nicht. Das weiß ich auf jeden Fall. Lampada, die Cinque Mila. Yanky Lila, Cinque, Liebe, Lila. Lampada, die Cinque Mila. Für 1,74 Millionen Dollar. Sieht auf jeden Fall auch recht interessant aus, muss ich zugeben, Leute. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Nicht schlecht, der Specht, kann ich sagen. Und dann haben wir, Leute, auch das Highlight-Fahrzeug. Der Pegassi Ignus. Und ihr alle wisst, Freunde, Pegassi ist eine Marke. Pegassi Centorno. Also, das ist Lamborghini. Und das ist, glaube ich, der Lamborghini Sian, oder? Ist es ein Sian? Lamborghini Sian. Sieht so ein bisschen danach aus, nicht wahr? Es könnte, glaube ich, einer sein. Also wirkt jedenfalls so. Lamborghini, äh, Pegassi Ignus. Für 2,76, 5 Millionen Dollar. Leute, das sind schon fast Preise. Die sind ja fast schon wie in Real Life. Also mal no joke. Die sind ja fast schon wie in Real Life, diese Preise. Kann man auf jeden Fall sich gönnen, Leute. Aber bevor wir die Fahrzeuge kaufen, ich gucke nochmal hier rüber. Wir haben hier NS Jumbile, dann den NS Daiti. Oh, das ist, äh, Acrymax nächstes Auto. Bentley Continental, glaube ich, ne? Ja, I see you, Leute. I see you, my boy. Du Bouchi Champion. Der Wagen sieht ja interessant aus. Der sieht wirklich interessant aus. Warum ist der so teuer? Der ist richtig teuer. Der ist ja teurer als der Ignus. Oh, dann haben wir einen BMW, Leute. Aber das sind Fahrzeuge, die waren alle schon drinnen. Das waren Fahrzeuge, die waren schon drinnen. Also 6 neue Fahrzeuge hier. Bei Warstock Cash & Carry haben wir keine neuen Fahrzeuge, soweit ich das sehen kann. Äh, bei Docties, soweit ich weiß, haben wir auch keine neuen Fahrzeuge. Und bei, ähm, ja, gut, San Andreas Superautos, da haben wir neue Fahrzeuge, Leute. Einmal haben wir den Bravado Buffalo STX. Oh, Franklin wird sich freuen. Ich wette, das ist Franklins Zweitwagen. Das ist safe, sein Zweitwagen. Den hat er sich gegönnt. Dominik, willkommen in der AD-Crew. Was geht ab? Ich hoffe, dir geht es soweit gut. So, ähm, wir schauen mal weiter rüber, Leute. Also, was haben wir hier noch? Wir haben noch den Karin Previon. 1,49 Millionen. Dominik, nochmal danke für 2 Euro. Bin auch wieder da. Und, dir, Ramke, hi, Dizok, wie hast du so viel Geld? Äh, weiß ich auch gar nicht mehr. Ich glaube, das habe ich mir durch sehr, sehr, sehr viele Sharkards, ähm, erkauft, würde ich sagen, ne? Dann, äh, Karin Previon haben wir, Freunde. Und, äh, ja, LP Niklas, willkommen in der AD-Crew. Was geht? Ich hoffe, dir geht es natürlich gut. Äh, so. Dann haben wir den Karin Sultan RS Classic. Das sieht schon mal interessant aus. Sieht ein bisschen aus... Warte, der Wagen ist doch... Ja, ich wollte gerade sagen, Leute. Die beiden Fahrzeuge gab es schon. Ich war gerade total verwirrt, sorry. Also, diese Fahrzeuge gab es natürlich schon. Aber, der Bravado Buffalo STX, der ist auf jeden Fall neu. Bevor wir uns das Ganze kaufen, Freunde, warten wir, ob es noch vielleicht einen Anruf von jemandem gibt. Ähm, wir gucken mal, Leute, ob uns irgendjemand anruft. Mal schauen, ob wir da vielleicht irgendwie... JD, willkommen in der AD-Crew. Was geht ab? Ich bin sehr gespannt, ob es tatsächlich hier, ähm, ob es hier tatsächlich, Freunde, einen neuen Shop zu kaufen gibt. Und zwar müsste das ja eigentlich hier bei Finanzen und Dienste sein. Die Frage ist, wo ist das Ganze? Bei Maze Bank for Closure? Oh, das... Oh, Junge, das sind so viele Sachen. Alle Clubhäuser, Bunker, Hangars, Basen, Nachtclubs, Spielhallen, ab... Alter, da bin ich ja total verwirrt. Was davon ist noch neu? Strawberry, das haben wir schon, Leute. Hier Musik. Das sieht doch neu aus, oder? Oder nee, Nachtclubs? Hatten wir das schon? Leute, ich bin jetzt gerade verwirrt. Was ist das Neueste? Äh, was fährt er für ein Auto gerade? Bei Franklin weiß ich gerade nicht. Fake 370Z, ja, so ein bisschen in der Art, ne, kann man so sagen. Ähm... Edithop, wie bekommt man das DLC? Ja, einfach spielen, ne? Das ist völlig kostenlos. Das wird ja runtergeladen, wenn du GTA Online startest. Nachtclub ist es nicht. Hm. Okay, dann müsste es hier irgendwo anders sein. Vielleicht bei Dynasty 8. Kauf ein Agentenbüro bei Celebrity Solutions, um dir eine fixe Agentur aufzubauen und auf The Contract zugreifen zu können. Natürlich, Leute, jetzt sind wir im Gönnermodus. Wir gönnen uns für maximal Cash. Ihr wisst da Bescheid, Freunde. Wir gönnen uns da für maximal Cash das teuerste. Vespucci Kanäle, Rockford Hills, Havik. Havik sieht... Was ist das denn für ein Gebäude? Das sieht ja ultra interessant aus. Oben ist da noch was? Ne, Leute. Für die Geringverdiener... Ihr kriegt diesmal nichts in Sandy Shores. Ihr kriegt diesmal nichts in Sandy Shores. So. Okay, Leute. Mal gucken, wie viel wir für den teuersten Agency, äh, soweit ausgeben müssen. Was wir da alles, äh, opfern müssen, damit wir das bekommen. LP Niklas Spam natürlich die exklusiven Emotes vom Mitglied. Natürlich gönnt ihr. Ja, so. Kunst, Einfluss und Geld. Wählen sie aus drei verschiedenen Sammlungen von Gemälden, Drucken und Skulpturen, die sie alle zum Nachdenken anregen, was Kunst eigentlich ist und wo sie aufhört. Ja. Sieht, äh, durchaus interessant aus. Dann Pop und Hype. Oder Loyalität und Respekt. Okay. Also Einfluss und Geld sieht schon heftig aus. Loyalität und Respekt. Ich glaub, ich nehm das. Wisst ihr warum? Weil das da im Hintergrund sieht ein bisschen aus wie Vice City. Und ihr alle kennt mich, Leute. Ich bin ein riesen Vice City Fan. Ja, dieses Boot kenn ich. Ja, wir machen das hier, Leute. Ist es auch das teuerste, ne? Ja, okay. Ist es auch das teuerste. So, dann welche Tapete gönnen wir uns? Also, wir haben Blumen. Ja. Marmor. Ist, find ich, schön. Sieht geil aus. Geometrisch. Nein. Ist zu komplex. Designer. Hm, es kommt schon so ein bisschen in die Richtung, was ich mag. Ja. Präsidentenstil. Ja. Hat auch was. Kann man sagen. Hat auch was. Hast du das Formel 1 Finale in Abu Dhabi gesehen? Nein, absolut. Ich hab die ganze Wohnung, ich hab die Nachbarschaftes zusammengeschrien. Ich war so glücklich. Wirklich. Wer das verpasst hat, rip. Wirklich. Wer Formel 1 Fan ist und verpasst hat, der sowieso ist kein Formel 1 Fan. So, exotisch haben wir dann. Kacheln. Oh, das sieht, das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig, richtig gut aus. Kacheln haben wir. Ja. Machen sie sich bereit, die Illusionen und so weiter. Natur. Das ist halt was von Kacheln mit natürlichen Aspekten. Und Royal. Oh boy. Oh boy. Wir nehmen Royal. Oh ja. Ja. Leute, bis jetzt sind wir schon bei 3,6 Millionen. Oh. Was ist das? So. Dann haben wir hier die folgenden Farben. Petrol Schwarz, Grün. Petrol Schwarz, Petrol Grün. Rot. Ich mach natürlich jetzt dieses Moos Grün, weil wir wollen den Royal. Oder wir machen Kohl Schwarz. Hm. Ich weiß nicht. Wir machen Moos Grün. Ich finde, das passt ganz gut zusammen. Vor allem für... Ich finde, das passt ganz okay zusammen. Waffenkammer. Natürlich verwende ich zwar nie, aber Leute, muss man sich holen, ne? Wohnbereich. Oh, mit so zwei Löwen sind wir jetzt... Wie heißt der Typ? Nicht Tiger Woods. Wie hieß der, der einen Löwen hatte, der bei Hangover mitgemacht hat? Ich weiß nicht. Wie hieß der, Freunde? Wisst ihr das nochmal? Dann schreibt es doch mal in die Kommentare. So. Werkstatt natürlich auch, Leute. Und dann sind wir bei einem Preis angelangt von 5,575 Millionen Dollar. Haben wir auch wirklich alles investiert. Ja. Wir haben das Maximum rausgeholt, Leute. Teurer geht's leider nicht. Schade. Leute, das ist das Maximum, was man sich kaufen kann. So. Okay, Freunde. Dann würde ich sagen, wir können jetzt mal die Agentur besuchen. Und das machen wir einfach mal. Lassen wir uns da mal hin navigieren. Einfach zur Agentur hin. Rein da. Auf alles klärchen, Leute. So. Wie geht's euch übrigens? Natürlich saure Socke. Ich grüße dich. Jeden Einzelnen auch von euch. Ich grüße euch alle. Mike Tyson. Ja, danke für den Tipp. Mike Tyson war das. Stimmt. Mike Tyson. Der mit den Löwen. So. Oh, Martin ruft an. Martin, hallo. Ah, sorry, Martin. Ich kann leider nicht. Verbindung ist leider abgebrochen. Huch. Tut mir leid. Ich kann jetzt leider nicht die ganzen Anrufe beantworten. Oh. Du bekommst 2.000 Dollar für anhalten. Gute Führung. Ja. Die wird mir sowieso in 48 Stunden wieder gestrichen, weil ich so viele Objekte habe. Okay, Leute. Seid ihr ready? Seid ihr ready? Das ist das neue Gebäude. Ich sehe es schon. Ich sehe mich da drin. Da sehe ich mich doch drin. Okay, Freunde. Ich glaube, jetzt, wenn wir eintreten, bin ich erst mal ein bisschen still, weil dann werden wir mal zuhören, was denn da jetzt wirklich alles Neues ist. Also, Freunde. So. Jetzt warten wir mal ab, ne? Holen wir mal was zu trinken. Und ich glaube, Leute. Let's go. Liked, Leute. Hey, kann ich hier nur ein paar Sekunden halten, bitte? Boss, du hast einen Besuch. Oh, ja? Let's see who it is. Okay. Sorry about that. I didn't know who you were. I won't make that mistake again. Just in here. Franklin! Was geht? Oh, der ist nicht mehr so fit. Now, me? Shit, I'm a hustler that made it big. Big house, nice cars, a family, and everything. But damn, man. I miss getting these fucking hands dirty. And from what I hear, you ain't got that problem. You run your own shit, and I like that. Hey, look. Come walk with me. I want to show you something. Now, the streets? I know real good, because that's where I'm from. But now I work with rich folk who got rich folk problems and no fucking idea how to deal with them. You know, like the kid might stole a car, or they might owe money to the wrong fucking people. Or their wife might be screwing the tennis court. You know what? My homies can help them with all that. Now this here, this is your office. I'm gonna get all these jobs for us, and they gonna show up on this computer right here. It'll be small fry first, but one big client, man. One A-list name. Can we straight? Hey. That's a hacker right there. You're mine. She works up on the operation floor with all the high tech shit. Mashallah. Ich hab den DJ gekauft, das ist nicht angekommen. Dann schreib unbedingt mal der Webseite, wenn es noch nicht angekommen ist. Welches Shirt hast du denn bestellt? Schreib das denen, weil die werden es ja auf jeden Fall schicken. Lamar, Lamar. I'm the one who called that pimp. Put him up on everything, dawg. And you motherfuckers got the nerve to cut me out? Why got two words for y'all? You is a hacker. Danke für zwei Euro. Vielen Dank. Erinnert sich an uns. Vom Intro. Gemähter Rasen. Schmeckt. Kann man bestimmt auch bald legal erwerben. Ich war in Deutschland. Alter, diese Brille ist ja übelst nett. Sie handelt all our hacker-type shit. That's pearly daughter, I should've known. She hackt this shit too? I didn't even know they had a computer. Damn, I feel old. Tell me about it. You get going on those jobs. I'm gonna go work on this big client for us, alright? Wait, wait, wait. You mean big, big client like Tony McToney? Come on, man. Tell me you got Tony McToney. Ah, see if Tony McToney will post my weed on his page, man. You got me, Frank? Come on, man. Whatever I got going, man, you got going. So I'm gonna look out for you. Hey, I'll be in my office. You keep doing what you doing. Man, he be lying like a motherfucker. Anyway, though, now look at you. You feel like somebody now, huh? You're a OG now. Your nuts are almost as big as mine. But they won't be. Not at all. Geil, Leute. Geil. Oh, wir haben Franklins Nummer. Ui, Leute. Wir haben uns Franklins Nummer gegönnt. Hilf dich. Du bist der beste YouTuber. Dankeschön, Jonas. Jonas Wolf. W-O-I-F. Dankeschön. Bei mir leegts. Legts. Ah, ich weiß nicht. Wait a second. So. Alter, das war schon nice, Leute. Und guckt euch das an, Freunde. Guckt mal, wie edel das aussieht. Du kannst mir nicht sagen, dass das Moos grün ist. Tritt einer öffentlichen Sitzung bei, um den Computer zu betreten. Ja. Wir werden das Ganze wahrscheinlich ja natürlich auch mit iCrymax machen, Leute. Also müssen wir nur ein bisschen drauf warten, Leute. Dann werden wir mit Max zusammen zocken, Leute. So. Okay. Gucken wir uns erstmal an, Leute. Hier, Mike Tyson. Das ist doch safe. Main Event Titan Showdown Illusion vs. Maxwell. Kann man das gucken? Ich würde super gerne so ein Boxkampf-DLC haben. So Cage Fight. Das wäre der Hammer. Boah. Guckt euch das an, Freunde. Wie cool ist das? Das sieht so nice aus. Okay. Wir gucken uns erstmal um, was wir hier alles haben. Das sieht ja mal absolut der Hammer aus. Oh. Franklin? Ist das Franklin? Der sieht überhaupt nicht aus wie Franklin. Das ist unsere Waffenkammer. Oh. Meine private Waffenkammer. Hier hast du Waffen und Ausrüstung mit exklusiven Rabatten kaufen. Cool. Cool. Okay. Fühle ich. Ah, GTA Online vs. PS3 ist leider vorbei. Ah. Der sieht aus wie Franklin. Ich wollte es noch einmal spielen. Ich wollte es noch einmal spielen auf PS3. Schade. Ich habe es vergessen. Ich habe mir eine Erinnerung reingestellt. Aber ich habe leider vergessen, das noch einmal zu starten. Deswegen, ja. Ist halt blöd gelaufen. So. Oh. Das ist echt cool, dass man hier kostenlos Munition aufsammeln kann. So. Unsere Ausrüstung. Oh. Kopfhörer, Headsets, Nachtsichtgerät, Atemgeräte haben wir auch komplett voll. Ich könnte schon ein bisschen was gebrauchen. Panzerung, vor allem für die Mission. Ah, Waffenschrank. Da gibt es persönlich ein paar Sachen, die ich einstellen kann. Wenn ich sie haben will oder nicht. Oh. Sorry. Oh. So. Der Waffenmeister. Okay. Das ist also der Waffenmeister. Okay. Okay. Alles klar. So. Ey, aber no joke. Er sieht wirklich aus wie Franklin. Oder wie sein Bruder, wenn er einen hätte. Aber seine Uhr. Ähm. Die sieht ja aus, als würde die schmelzen. Die ist ein bisschen schief. Hä. So. Nahkampfwaffen, Freunde. Es gibt neue Waffen übrigens. Guck mal hier. Einen Hammer. Habe ich noch gar nicht. Hammer habe ich noch nicht. Schlagring habe ich noch nicht. Ah, wir können uns die... Das war aber alt. Das... Das... So, Mahete. Wir nehmen mal alles, Leute, was wir haben. So, Leibwächter, Streitangst, Billardkühl, Rohrzange. So, jetzt haben wir alle Nahkampfsachen. Präzisionspistole. Nein, die nehme ich nicht. So, Keramikpistole. Riesenschwindel abgeschlossen. Hey. Also wirklich, in dem Spiel sieht sie transparent aus. Ich dachte, die wäre so aus Keramikglas oder irgendwie. Aber... Nein, ist sie tatsächlich nicht. Oha. You're next. Das ist eine krasse Pistole. Oh mein Gott. Der Elektroschocker, Freunde. Der Elektroschocker ist back. Heber, die ist viel zu teuer. Leute, guckt euch mal den Preis an. Guck mal. So eine Waffe mit so Gold kostet... Ne, warte. So eine kostet 4.000. Und dann kriegst du dir Elektroschocker für... Für das fast 100-fache. Das ist frech. Das ist ein frecher Preis. Ich kaufe es. Oh, erstes Mal, dass man Elektroschocker auch umfärben kann, oder? Ich glaube schon, ne? Sieht auf jeden Fall für mich neu aus. Wir nehmen mal, Leute, äh... Ja, der LSPD-Farbton. Wir machen auf Polizei... Ähm... Polizei... Polizei-DLC machen wir mal. Würde ich tatsächlich sagen. So, was haben wir hier noch, Freunde? Alles. Boah, Einsatz-PDW. So Mini-PDW. MP. Boah, Junge. Das Teil ist so teuer. Kaufen wir. So. Oh, dass man nach Farben wechseln kann. Das finde ich auch cool. Das habe ich verpeilt. Die ist aber nicht neu, die Waffe. Die war schon einmal da. So. So. Okay, die Waffen haben wir. Schweres Gewehr. Der Gegenstand wurde so... So eben frei... Der ist neu, oder? Schweres Gewehr. You're my fucking hero. So. Griff. Oh, Familienmotiv. So Grove Street mäßig. Ja. Gefällt mir. Ich mache es erstmal in Gold. So, was haben wir hier? Ist das neu? Ne, Teil von Bikers. Das ist schon mal nicht neu. Dann haben wir hier, Leute. Das ist das, was ihr gemeint habt, ne? Dominik, willkommen zurück. Mitglied seit zwei Monaten. Hast du nicht gerade gesagt? Aber danke, Leute. Dankeschön. So, die Waffe, Leute, ist komplett neu. Der kompakte EMP-Werfer. Der kompakte EMP-Werfer funktioniert wie eine Konfetti-Kanone. Nur, dass er statt bunten Papierschnipseln elektromagnetische Impulse, Kurzschlüsse und zerstörte Träume ausspuckt. Das fühle ich doch, Bruder. Zerstörte Träume. Das fühle ich doch, Bruder, extrem. Oh, man. Okay, aber welche Lackierung nehmen wir dafür? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, LSPD ist echt nicht schlecht. Wobei, Orange ist auch nicht schlecht. Kommen wir im Orange. So, Sprengstoffe. Haben wir hier was Neues? Rohrbombe. So, alles ist voll. Panzerung. Okay, Leute. So, ich rüste jetzt komplett Panzerung aus für Missionen, wenn wir die brauchen. Ah, wir können nur 10 haben. So, Fallschirme. So, Reserve-Fallschirme. Kostet der was? So, okay, Leute. Ich finde das super cool in dem DLC, dass du da deine eigenen Sachen kaufen kannst. Also, dass du dir da ganz entspannt, wie soll man das sagen, äh, ja, dass du dir da chillig einfach, ähm, deine... Ich laufe die ganze Zeit gegen die Wand dort. Äh, dass du dir chillig dort einfach deine Konfiguration machen kannst. Und ich weiß nicht, ob du die Mark 2 Sachen kaufen kannst. Dominik, danke nochmal für 2 Euro. Kannst du... Kann man bei Loot4Games GTA-Dollar kriegen? Äh, ja. Kann man soweit. Also, äh, ich, äh, bin jetzt, äh, ich arbeite nicht mehr mit denen zusammen, aber ich hatte gute Erfahrungen und deswegen kannst du es mal gerne probieren. Ja, kannst du gerne probieren. Ich weiß ja, wie gesagt, nicht, 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 äh, welche Angebote die gerade haben. Deswegen, ja, schau da einfach mal vorbei. So, äh, Snacks zu nehmen. Oh, entspannt, entspannt. So. So, Snacks. Alles nehmen. Alles nehmen. E-Cola. So. Oh, was ist das? Drücke Steuerkreuz nach rechts, um Jimmys, Limmys Juice zu trinken. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Passiert irgendwas? Nichts. Ist einfach nur ein gesunder Smoothie? Einfach nur ein gesunder Smoothie. Sieht wohl so aus, ja. Okay, dann ist es wohl mehr als, äh, nicht mehr als ein Smoothie. Was haben wir hier? Können wir ins Internet zugreifen? Hier haben wir so ein PC. Leute, wir haben einfach so ein ganzes Studio aufgekauft. Ein komplettes Studio haben wir hier. So, was haben wir hier? Ein bisschen Wodka trinken. Radio benutzen, ja, dürfen wir leider nicht anmachen. Fernsehen. Hier haben wir so, äh, ein, ein Glaskanister, würde ich mal sagen. Space Monkey 3, Banana Gone Bad. Ist es das Spiel von San Andreas? Wir gucken mal, Leute. Fülle die Anzeige, um das Spiel zu beenden. Ah, okay. Ich, ich mach mal kurz das Spielchen an. Würde man gerne sagen. Ich hab dich schon abonniert. Dankeschön, Arasul und Lars sind cool. Dankeschön. Ich glaube, es ist das alte Spiel, ne? Ja, es ist eins zu eins, Leute. Das gleiche Spiel. Ah. Ja, das ist cool, Freunde. Das ist cool. So. Wow, 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 wow. Ah, übrigens, danke an, äh, alle gute Besserungswünsche von euch. Ähm, das ist sehr, sehr cool gewesen. Ähm, vielen Dank. Mir geht es jetzt auf jeden Fall schon deutlich besser. Oh mein Gott. Okay, ich versuche mal, dieses Level zu schaffen, wenn ich es, wenn ich es packe. Oh, obwohl ich will meine Zeit auch nicht da, damit verschwenden, deswegen. Wir beenden das Arcade-Spielchen mal, sonst, äh, werde ich das Ganze stundenlang weiterspielen. Wir erkunden nämlich hier alles, was neu ist, Freunde. Und dann geht es bald auch rein in die Mission. Also, was haben wir hier? Wir haben unseren persönlichen, äh, Kleidungsschrank. Können wir hier leider nichts kaufen, ne? Also, das wäre schon cool, wenn es so ein Model, Modelabel hier geben würde. Aber, ja, hier ist der Ausblick auf die Stadt. Einer der schönsten Ausblicke. Und was ist da drin? Ist das das Bad? Ja, es ist das Bad, Freunde. Hm. Ja, gut. Es ist halt so ein, so ein Office-Bad, ne? Kann man halt baden, wenn man möchte. Mehr ist es aber auch nicht. Dann hat man hier, äh, ein schönes Bett. Ich muss sagen, das sieht optisch ziemlich schön aus. Wir haben hier, äh, so schönes, äh, ja, Pokermäßige Design mit diesen, ja, wie nennt man das? Mit diesem König und Bube, äh, und Dame. Sehr cooles Easter Egg. Also, nicht Easter Egg. Sehr cooles Detail. Die Frau liegt, äh, ähm, dort. Und der Herr liegt dann auf der Seite. Das sieht man anhand der Karten. Ich finde, das ist ein, äh, ziemlich cooles... Was war das gerade? Wo ist das Fernrohr? Ey, das ist so weit weg. Warum wird mir die Nachricht schon jetzt angezeigt? So, Fernrohr will ich nicht. Äh, kann man kochen? Und das wäre lustig, Leute, wenn man kochen könnte. Einfach mal so GTA Online Das Cooking DLC. Einfach kochen. Das wäre schon Hammer. So, hier gibt's wieder so ein Minispiel. Wizards Run. So, hier waren wir schon. Genau. Ja, okay. Sieht cool aus. Kann ich mich nicht beschweren. Haben wir nur eine Garage? Aufs Dach verlassen. Agentur zu Fuß verlassen. Mit Fahrzeug verlassen. Garage. Wir haben doch eine Garage. Ja, sag ich doch. Wer hat alles AMG und Porsche und Panamera? Aber ich, ja, äh, ich hab auch, glaube ich, so, hab schon wieder das Klopapier vergessen. Ja, dann tut mir das sehr, sehr leid für dich. Dann tut mir das sehr, 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 sehr leid. Hä? Yo, Freunde, ich hab's euch doch gesagt. Das ist Franklins Auto. Guck mal. Hier, sein Kennzeichen. FC 1988, das ist sein Geburtsdatum. Ey, sagt mal, Leute, dieser Wagen ist ja mal so heftig. Ich glaube, ich werde ihn in Zukunft in den Story-Videos, die ich mache mit Franklin, immer benutzen. Der Wagen sieht ja so geil aus. Das ist einfach die Fortsetzung. Das ist einfach der Nachfolger. Und der sieht ja Hammer aus. Der sieht ja Hammer aus. Kann ich da rein? Ich muss da rein. Oh nein, es geht nicht. Nein. Nein, Franklin. Ich kann so ein Auto nicht reingehen. Und wem gehört das Auto? F-C-P-1. Wer ist F-C-P-1? Ist das mein Wagen? F-C. Das steht doch für F-Francklin-Clinton. P-1. Wofür steht das? Können wir damit fahren? Oh Mann. Wir gucken mal. Oh. Können damit rausfahren. In der Tat. Das ist, glaube ich, unser Producer-Fahrzeug. Guckt euch den heftigen Wagen an. Oh, das hat geschmerzt. Das hat geschmerzt. Aber der sieht ja cool aus. Tacho. Eine Sache muss ich kritisieren, Freunde. Ihr wisst ja, wie es ja mit modernen Fahrzeugen mittlerweile so ist. Dass die Fahrzeuge, die wir hier haben, gefühlt immer, sag ich mal, moderner aussehen. Auch von außen. Aber die Tachos, mal real talk. Welches Auto hat bitteschön noch so ein Kassettenradio, dass man noch Kassetten reinfügen kann? Also ich finde, da könnte ich Rockstar Games wirklich mal sagen, Leute, von außen sehen die Autos alle echt cool und modern aus. Aber ihr sollt die bitte mal von innen auch modernisieren. Die sehen ja aus, als wären die immer noch aus dem Jahr 1990. So. Ist nur meine Meinung. Aber stimmt die mir dazu vielleicht? Kannst du mal ein F1-Game zocken? Ähm, nee, auf YouTube leider nicht. Vielleicht mal das eine oder andere auf Twitch, wenn ich mal wieder aktiv dort streame. Ähm, ich persönlich zocke aber momentan auch nicht so viel Switch aktuell, äh, Switch, äh, Formel 1 aktuell. Eine kleine Frage, Freunde. Ist das eine neue Bar? Ist die jetzt neu? The Pink Sandwich. Sieht mir aus, als wäre das irgendwie neu. Aber ansonsten, ja gut, vielleicht fällt mir auch noch einiges auf, weil es gerade am neuesten ist. Weil wir halt Nacht haben und ich spiele das Spiel fast nie nachts. Ja. So. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir bestellen mal die Fahrzeuge, Freunde. Das machen wir jetzt einfach mal. So. Bestellen wir jetzt die ganzen Fahrzeuge, Freunde. Also, wir haben einmal den Fista Astron. Den kaufen wir uns, Freunde. So, Agenturgarage. So. Dann den Wagen. Und wir haben es mal in diesem grünen, was wir hier sehen können. Autowerkstattlager. Nein, Agenturgarage. Das Spiel wird aber immer, immer voller. Das Spiel wird einfach immer voller. Pegassi Ignus. Den würde ich gerne tunen. Deswegen, Max. Habe hoffentlich nichts dagegen. Wir werden den Wagen tunen. Wir werden diesen neuen Wagen tunen. Boah. Den muss ich tunen, Leute. Lampa da, die. Ah, Enos Jumbile haben wir. In der Spezial-Edition. Den Wagen wird Max sich holen. Den Wagen wird Max sich aber sowas von gönnen. So mit diesen Scheinwerfern. Den würde sich sowas von gönnen. Okay. Äh. Dann haben wir den Champion. Kaufe ich mir mal in gelb. So. Wir müssen dazu bestimmte Missionen durchspielen, damit wir den auch zum vergünstigten Preis freischalten. Ist immer eine coole Sache, wenn man das machen muss, ähm, damit man so günstigere Teile freischaltet. Finde ich prinzipiell jetzt nicht so schlimm, äh, wenn ich ehrlich bin. So. Das haben wir alles. Dann, äh, gucken wir mal hier. Gibt's nur ein Auto. Und den Wagen kaufe ich mir nur. Erstens, weil er cool aussieht. Und zweitens, weil es Franklins neues Auto ist. Was ist dein Lieblings-Formel-1-Fahrer und Team? Mein Lieblings-Fahrer ist, äh, Max Verstappen. Und mein Lieblingsteam, könnte man jetzt sagen, Red Bull Racing. Könnte man sagen. McLaren finde ich aber auch super nice. Und, äh, oh, Transaktion wird verarbeitet. Habe ich Internet? Ich habe Internet noch, ne? Das ist kein gutes Zeichen. Ist es gekauft? Hoff mal. Ich hoffe mal. So. Ah, wir müssen diese Fahrzeuge wieder zu Los Angeles Customs fahren, um sie zu tunen. Ah, das ist blöd. Das ist blöd. So. Okay. Ah, nee. Ich will aber den Wagen nicht tunen. Ich will die Wagen tunen, den ich gekauft habe. Ich will unbedingt den Wagen kaufen, den ich getunt habe. Das, äh, nee. Den tunen, den ich jetzt gekauft habe. Deswegen fahren wir den Wagen einfach mal direkt zur Agency zurück. Ich glaube, den kann ich. Kann ich den tunen? Vielleicht, ne? So, einfach mal hier in die Garage fahren. Ich wusste gar nicht, dass es die Garage ist. Du hast gerade ein Auto bei Legendary Motorsports übersehen. Welches Auto? Äh, kannst du mal schreiben? Welches Auto habe ich übersehen? Wir werden es gleich, äh, wir werden es ja gleich sehen. Ah, hier, Leute, der Porsche. Guckt euch das an. Porsche Cayenne, ne? Oh. Schick, schick. Ja, der sieht von innen wenigstens ein bisschen gut aus. Der sieht immerhin teilweise modern aus. Ja. Also, ich finde es schon krass, wie dreist Rockstar Games die Fahrzeuge von der Optik her mittlerweile kopiert, ne? Also, die sehen ja wirklich schon fast eins zu eins gleich aus. Mich würde es nicht wundern, wenn irgendwann, äh, so... Weil, ganz ehrlich, der sieht halt einfach wirklich aus wie ein Porsche. Der sieht halt wirklich aus wie ein Porsche. Und der Wagen sieht auch aus wie so ein Dodge. So. Und das sieht aus wie ein... Keine Ahnung. Bentley Rolls Royce. So, in dem Style. Was haben wir hier? Wo war das? Wo spawnt denn die Fahrzeuge? Ich bin ja in der Garage. Ach, unten ist noch was. Unten ist noch was. Was ist hier? Oh, schönes Detail. Schönes Detail. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo sind die Fahrzeuge? Oh, die... Yo, wie viele Autos passen hier rein? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Alleine hier passen zehn Fahrzeuge. Aber oben der Wagen ist auch von uns. Zehn. Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, zwanzig. Hä? Was ist das? Leute, was ist das? Habe ich den verpasst? Ist der neu? Also, ihr meint, ich habe einen Wagen bei Legendary Motorsports verpasst. The Contract, the Contract, the Contract, the Contract. Nein, ich habe die sechs gekauft, die hier oben sind. Den Jumbilee habe ich nicht gekauft, weil ich den schon habe. Ihr habt das doch gesehen. Den habe ich nicht gekauft, weil ich den schon habe. Aber das Motorrad ist neu. Wann schalten wir das denn frei? Kommt, glaube ich, auch zu Legendary Motorsports rein, ne? Ja. Glaube ich. Ja, ja, Leute. Also, ich kann damit jetzt nicht fahren, ne? Ne, ich versuche einzusteigen. Geht leider nicht. Geht leider nicht. Schade. Sehr, sehr schade. Ähm, was soll man machen? Was soll man machen? Okay. Ja, das heißt, die Fahrzeuge... Okay. Ja, ich sehe... Langsam verstehe ich, was Max an dem Wagen mag. So, aber ich würde mir den nicht gönnen. Ich würde mir sowas auch nicht... Ja... Was würde ich mir privat gönnen, Freunde, für einen Wagen? Also, wenn, dann würde ich eher Franklins neues Auto gönnen. Der ist hier nicht wirklich getunt. Aber das kann man ja machen. Wir gehen aber jetzt, Leute, zu dem Lamborghini. Zu dem Lamborghini Sian. Den muss ich mir unbedingt auch von innen anschauen. Oh, es gibt eine Fahrzeugwerkstatt. Ich vollidiot. Natürlich gibt es eine Fahrzeugwerkstatt. Oh. Ah. So. Der sieht ja vom Interieur halt wirklich so aus wie ein Lamborghini. Boah, wisst ihr, was mich stört? Hier. Das Taro ist voll versperrt von dem Lenkrad. Komplett. Also, First-Person-Modus geben sich ja mittlerweile gar nicht mehr Mühe, dass das auch ansehnlich ist. Zoomt doch die Kamera rein. Und die, 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 die Spiegel... Oh mein Gott. Nein. Nein. Leute, ich habe was für unlogische Dinge, wenn ich wieder eine Episode drehe. Die, die links und rechts, das sind doch, das sind doch Kamera... Oder sind das Displays? Ich glaube, das sind Mini-Displays, ne? Kann das sein? Sind das Mini-Displays? Dominik, danke nochmal für zwei Euro. So, kaufst du noch bei Loot4Games? Äh, wie viel Geld hast du? Ähm, ne, momentan kaufe ich da nichts mehr. Ich bin gut ausgesorgt. Ich habe... Wie viel ist das? Äh, 57 Millionen habe ich. Da komme ich mit ganz gut klar. Okay. Wir werden den Wagen jetzt tunen, Freunde. Also. Wie wollt ihr den Wagen haben? Wie wollt ihr den haben? Schreibt es mal in die Kommentare. Boah, das dauert super lange. Die Fahrzeuge zu kaufen. Mein PC übrigens... What? Der verbraucht gerade 400 Watt. Alter. Der ist ja am Limit. Der ist komplett am Limit, der PC. Der Wahnsinn. Frontstoßstange. So, was haben wir hier, Freunde? Alles klar. Ich bin super gespannt. Schwarz wollt ihr den haben. Leute, kommt mir nicht mit so langweiligen Farben wie Schwarz. Weiß ist schon eher meins. Aber bei so einem Wagen muss es eine knallige Farbe sein. Also außer es ist der neue, ähm, Countage. Oder Countage, Countage. Da würde ich es eher feiern. Uh, wisst ihr, woran mich das erinnert? So ein bisschen an Galado. So mit diesen... Ne, Muchelago. Und das so ein bisschen an Galado. Na? Oh, das sieht schon wieder nice aus. Oh, das sieht ja noch geiler aus. Ah, ja. Ich weiß nicht. Ich nehm... Ich nehm das. Ich nehm das. Ja. Ich nehm das. Das nehm ich, Freunde. So. Ah, meine Facecam, Leute. Die verdeckt natürlich wieder die Tuning-Option. Deswegen... Sorry, Leute. Das Tuning werde ich natürlich meine Facecam hier nach unten links schieben. So. Was? Ah. Okay. 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 Freundsschussstange haben wir. Hecksschussstange, Leute. Ist das Sian oder soll das jetzt aussehen wie der, äh, Coontouch? Ich weiß nicht, was ich davon am besten finde. Äh. Aber die Hinterreifen sind ja mal absolut breit. Renn-Diffusor. Welcher ist der breiteste? Ah, der hat ja noch diese Flaps. Ja, komm. Ich nehm das hier. Der GT-Diffusor. Den nehmen wir mal. Finde die Kombination safe. Äh, nice. Ja. Kannst du mit Max spielen? Ja, machen wir jetzt gleich. Machen wir jetzt gleich, Leute. Chillt doch einfach mal. Chillt doch einfach mal. Wir machen gleich die Mission. So. Auspuff. Hört sich der Auspuff an? Nice. So. Aber ich möchte so wirklich Oval-Auspuff haben. Wie sehen die aus? Hochleistungsauspuff. Okay, nehmen wir den. Nehmen wir das, Freunde. Nehmen wir das. Motorhaube. Uff. Ja, ich könnte... Ja, das könnte unter Umständen nice aussehen. Das kann... Das kann unter Umständen gut aussehen. Aber noch nicht komplett so, weißt du. Das... So Batman-Style. Wenn man das so in Batman-Style machen würde... Ja. Ich mach mal... Ich mach mal... Boah, was meint ihr, Leute? Ist schwierig. Ich nehm mal das hier, weil das sieht ein bisschen sehr clean aus. Gefällt mir optisch. Dann haben wir Hupen. Ja. Einfach mal für 90.000 diese Hupen machen. So. Neon Farbe. Machen wir erstmal weiß. Wir werden uns ja gleich für die Farbe entscheiden. Jetzt können wir uns erstmal für Designs entscheiden. So. Jetzt kommt's ja darauf an. Was kann man denn für Designs nehmen? Und da muss ich jetzt... Hab ich ne Nachricht bekommen? Ich hab ne Nachricht bekommen. LJT. Ach, LJT. Schreib mir nicht. So. Was gibt's für Designs? Also. Wir haben einfach mal schwarze Streifen. Drei Streifen. Ja. So italienisch. Italienische Farbe. Finde ich auch cool. Ja. Äh. Äh. ID-Zock-Zock-Gang-Chu. Nein. Ich bin die ganze Zeit zu hier. Ja. Äh. Chillig. Chillig. Ähm. Das ist ne Mischung aus Adventador und I8. Advent. Advent, Advent. Ein Lichter ein Band. Adventador. Ja. I8. Ich weiß nicht, wo du den I8 daran erkennst. Ich bin ehrlich. Ich weiß nicht, woran du den I8 hier dran erkennst. Oh. Leute. Ich hab ne Idee. Oh. 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 Okay. Das ist ein bisschen zu viel. Okay. Okay. Leute. Leute. Allein das sieht ja schon geil aus. Das sieht ja schon heftig aus. Lüftungsschlitze. Oh. Wir können auch noch das machen. Boah. Das scheint so hell. Ich seh gar nichts. Oh nein. Ich will hier kein Iced Out Auto haben. Ich will schon. Weißes Auto mit schwarzen Details. 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 Ja. Okay. Lackierung. Leute. Jetzt kommt's. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Leute. Passt jetzt jeder von euch auf. Okay. Ich möchte, dass jeder von euch jetzt zuguckt und mir mal jetzt sagt, welche dieser Farben würde die... Welche dieser Farben würdet ihr persönlich am meisten feiern? Es muss nicht matt sein. Also ich finde, das sieht schon cool aus. Es muss nicht matt schwarz sein, aber... Boah. Hat der einen Perleffekt drauf? Der Wagen sieht schon Bombe aus. Wenn er alleine in lila ist, würde das schon gut aus. Oh. In rot. Okay. Wisst ihr, warum das geil aussieht? Ich liebe die Kombi blau-orange. Das Problem ist, wenn dieses lila dazwischen kommt. Oh. Das ist jetzt schwer. Ich mache einfach mal orange. Oder grün. Nee, grün nicht. Gelb, ja. Hat auch was. Gelb hat auch was. Ich mache mal dieses orange. Und dann tue ich mal das andere Design drauf. Dann schauen wir mal. Ja. Nee. Das sieht aus wie Kellogg's Frosties. Das sieht aus wie Kellogg's Frosties. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie komisch. Irgendwie merkwürdig. Ja. Aber hat schon was. Ja, ist... Ich weiß nicht. Irgendwie mag ich die Kombi. Aber wir machen sie trotzdem mit... Oh, Sekundärfarbe habe ich noch verpeilt. Genau. Und Sekundärfarbe müssen wir dann auch gleich machen. So nach diesem Blau. Aber muss das auch matt sein? Boah. Ich mache auch mal die Details. Details. So violets. Weiß ich nicht. Ah, ist schwierig, Leute. Schwierig. Ganz schwierige Entscheidung gerade. So viel Zeit habe ich auch nicht, dass ich das jetzt die ganze Zeit machen kann. Also irgendwie jetzt so, wenn ich... Also das Heck finde ich übelst cool. Front weiß ich nicht so. Fühle ich nicht so wirklich. Front fühle ich nicht so extrem. Babyblau. Ja, Babyblau. Können wir machen. Warum machen wir nicht alles... Ja, wait a second. Warum machen wir nicht gleich Ultrablau? Primärfarbe. Ich meine, klar, das sieht schon cool aus. Diamantenblau ist auch heftig, Leute. Diamantenblau ist auch ganz heftig. Brennblau, Ultrablau. Oh. Und jetzt passt auf. Jetzt passt auf. Mit Matt. Matt. Rot. Matt Rot oder Matt. Violett. Irgendwas in dem Stil. Ah, weiß ich nicht, Leute. Rot. Limettengrün. Grün. Waldgrün. Blattgrün. Olivgrün. Erdbraun. Wüstenbeige. Schwer, Leute. Schwieriges Ding. Schwieriges Ding, muss ich sagen. Magst du Pommes von McDonald's? Ja, äh... Finde ich ganz okay. Kann man mal machen. Sind zwar meistens labbrig, aber ja. Was willst du machen? Was willst du machen? So, wo ist dieses hell-lila? Hell-lila. Das ist nicht hell-lila. Okay. So, und jetzt machen wir einen Perleffekt. So einen lila Perleffekt. Guck mal, der Perleffekt, der passt jetzt ganz gut. Heißes Pink. Oh ja, heißes Pink. Kann man machen. Ja komm, machen wir das, Leute. Machen wir so einen Kaugummi-mäßigen Style. So, okay. Okay, dann haben wir alles, Leute. Wir haben alles. Federungen haben wir noch nicht. Spoiler haben wir noch nicht, Leute. Wir sind noch gar nicht ganz fertig. Oh, sorry, Freunde. GSP. Mitglied seit 18 Monaten. Heftig, Bruder. Danke für deine lange Unterstützung. Dankeschön. So, Leute. Wir sind noch gar nicht komplett fertig gewesen. Sorry, dass ich euch so lange aufgehalten habe. Wir machen jetzt mal... Das hier. Carbon. Nee, Hochleistungsdiffusor. Luis Egger. Cooler Stream. Danke für 2 Euro. Vielen Dank. So, jetzt schnell, Leute, ein Spoiler, der ein bisschen dezent ist. Ja, der ist sehr dezent. Der ist cool. So. Ey, guck mal, mit diesem Dealer ist es hammermäßig. So, ey. X-Chan X-Maurice X. Willkommen bei der ID-Crew. Was geht's? Warum ist PlayStation 4 down? Ich weiß davon gar nichts. Ich spiele das auf PC. Ich weiß davon tatsächlich nichts. So, Getriebe. Natürlich Maximum Turbo. Maximum ballern wir alles rein. Reifen, Leute. Jetzt kommen wir Luxusreifen. So. Ich mag die serienmäßigen schon sehr. Ja. Ah. So. Welche haben wir, die sehr ähnlich aussehen könnten? Hm. Ich nehme einfach mal, äh. Boah, das ist sauschwer. Nehmen wir mal die hier. Und da kann ich jetzt die Lackierung ändern, ne? So, machen wir das jetzt mal schnell. Schaffter Lila. Okay. Der hat voll wenig Lackierungsoptionen. Leuchtend pink. Ja, komm. Haben wir so Gaugummi-Style, Leute. Gaugummi-Style. So, und dann noch die Fenster, Leute. Und damit ist das Auto fertig. Damit ist das Auto... Oder? Wait. Wait. Das gefällt mir nicht da vorne. Das da vorne gefällt mir nicht ganz. Ach, kann man nichts ändern. Äh. Boah, in den Dunkeln sieht es aber auch böse aus. Weiß nicht. Wir lassen es so. Wir lassen es so, Freunde. Und das passt so. So. Okay, Freunde. Äh. Ich glaub, wir sind soweit ready. Denk ich mal. So, dann schieb ich mal meine Facecam wieder hoch. Und ich glaube... Wir fragen einfach mal bei Max vorbei. Ob der schon ready ist. Weil wir sind jetzt schon ein bisschen länger im Stream drin, ne? Und jetzt ist echt die Frage, ob der jetzt reinkommen kann. So. Alter, warum fungst du denn die Shortcuts nicht? Jo, Max? Jo, Eidi, was geht? Was geht? Wann bist du ready? Ähm, ich wollte gerade noch zwei Autos tunen und dann können wir starten. Alles klar, wie lang brauchst du ungefähr? Äh, gib mir 10, 15 Minuten. Alles klar, Digga. Okay. Okay. Ja, bis gleich. So. Dann, äh, bin ich mal gespannt. Also, Leute. Wie findet ihr die Kombi? Also, jetzt mal real, real talk, real rap, Leute. Das ist eine sehr, sehr ungewöhnliche Farbkombination. Ich weiß, es wird nicht vielen gefallen. Wird wirklich nicht vielen gefallen. Aber ich nenne sie einfach mal so diese fresh, fresh Kaugummi-Lackierung. Wie findet ihr die so? Also, mit diesen Felgen, weiß natürlich, ist jetzt nicht so das Dominanteste, was man machen kann. Ich finde, es hat ein bisschen was. Man kann es ja im Endeffekt ändern, Freunde. Aber wie findet ihr das so? Hier noch ein bisschen diese Lila. Also, ich finde, es hat so einen gewissen Touch, ne? Es ist so dieses Blaue, dieser blaue Lamborghini mit so leichten, violetten, ähm, Pink-Akzessuirs. Nicht so meins. Zwei, zwei von, zwei von sechs oder zwei von zehn. Geil, coole Kombi. Ja, Leute, ihr kennt doch den ID-Zock natürlich. Guck mal, übrigens der Perleffekt, Freunde. Der Perleffekt ist das, was die Magie ausmacht. Der Perleffekt macht hier die absolute Magie aus. So. Weil Max gesagt hat, der wird noch ein bisschen die Autos tunen, dachte ich mir, machen wir das auch mal schnell, Leute. Wir tunen auch noch ein, zwei Fahrzeuge. Aber der Wagen ist... Oh, der ist heftig. Oh. Der hat Grip. Der hat Grip, Leute. Der hat Grip. Der hat Drip. Der hat Grip und Drip. Der ist schon schick schnell. So schick schnell ist er da nicht ganz. Aber der ist schon... Der flitzt schon. So. Ja, ich finde den okay. Ist jetzt nicht mein schön... Ey, aber man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich an den Wagen. Man gewöhnt sich da sehr schnell. Ich glaube, Leute, wir tunen jetzt als nächstes mal den Bentley Continental. Ja. Ich denke jetzt extra so, weil er sieht einfach so aus. Er sieht einfach komplett so aus. Ein Milliarde von zehn. Zehn von zehn. Ja, danke, Leute. Ihr müsst aber auch ehrlich sein, ne? Also, wenn ihr schon zehn von zehn, eins von zehn in den Chat schreibt, dann solltet ihr auch mal schreiben, warum. Warum gefällt euch der Wagen zum Beispiel so sehr? So. Den machen wir ganz easy, ganz entspannt. Panzerplatten, Leute. Wir machen daraus einen Bosswagen. Das soll wirklich einen Bosswagen aussehen. Der soll absolut alles Carbon-Teile haben. Was geht? Schwarz-Carbon-Teile. Ich weiß, in weiß mag ich das ja auch. Aber wir machen halt wirklich jetzt alles Carbon, Leute. Ich mag keine Carbon-Teile, muss ich ehrlich sagen. Aber bei dem Wagen kann man das, glaube ich, machen. Das ist Titan-Auspuff. Nein, Aluminium. Komm, wir machen mal Aluminium. Die sieht man wenigstens. So. Luxusgrill. Carbon-Luxusgrill. Ja. So. Ja, Leute. Das ist es, was ich will. Hier. Ja. Musik brauche ich nicht. Was ist das? Fernsteuerungseinheit. Steuere deinen persönlich aus der... Was? Was? Man kann das Fahrzeug aus der Ferne steuern? Lenkraketen-Störsender. Leute, ich will das unbedingt testen. Kann man beides auch kaufen? Ich habe gerade 400.000 verloren. Ich habe gerade 400.000 verloren. Ich habe gerade 400.000 verloren, weil ich die Option genehm... Oh mein Gott. Was? Das ist ja verschwenderisch. So. Boah, Leute, der sieht ja geil aus jetzt, ne? Designs. Oh, ich weiß nicht so richtig, ob man da Designs drauf machen kann. Ich weiß nicht so richtig. Uh, okay. Okay. Nee. Nee. Hm. Ich mache das mal. Also, das ist jetzt völlig unnötig, diese Carbon-Teile gekauft zu haben. Aber trotzdem. Maschinengewehr. Was? Dieses Auto hat einfach Maschinengewehre, Leute. Annäherungsminen. Oh nein. Nein. Da steht so ein Logo. Auf dem Design steht sowas. Bionis. Bionis. Bignis. Bignis. Nein. Nee. Ich lasse die Designs. Finde ich nicht so cool. So. Ausstattungsfarbe. Ja, komm, wir machen weiß. Oder wir gucken mal, wie das Wagen, wie das Auto in schwarz aussieht. Ja, schon bosshaft, ne. Aber, ich mache es in weiß. Metallic, Eisweiß, Perleffekt, Eisweiß. Sekundärfarbe, matt, schwarz. Ausstattungsfarbe, frostweiß, eisweiß. Nein. Ausstattungsfarbe muss schwarz sein. Dach. Dach. Carbon. Eingelassenes Carbon-Dach. So. Auch Tuning-Kids. So. Spoiler sollte lieber dezent sein. Dezent, wie es geht. Ja. Noch dezenter, noch dezenter, noch dezenter. Ja, so wirklich ganz kleine Spoiler-Lippe. So ne. So ne Spoiler-Lippe. Carbon-Spoiler-Lippe. So, dann haben wir das hier. Tieferlegung. Boah. Oha. Oha. Reifentyp-Luxus. Was passt denn zu so einem Wagen? Ich würde sagen, solche Reifen. Schwarz. Oder wir machen dieses Weiß. Ne. Alter, wie viel Geld ich jetzt schon ausgegeben habe, ne? So, Leute. Von 0 bis 10. Was ist das für euch für eine Nummer? Dieser Wagen. Was ist das für euch? Wie würdet ihr diesen Wagen bewerten hier? Boah. Das ist ein Schiff. Boah. Das ist einfach ein Schiff. Dieser Wagen ist ein Schiff. Sag's euch. Das ist heftig. Der ist schon krass. In 10 bis 20... 15 bis 20 Minuten. Boah. Find den gar nicht schlecht. Guck mal. Immerhin. Der hat ein digitales Tacho. So. Wait. Habt ihr das gerade gesehen? Fahren da gerade ernsthaft in den... Moment. Moment. Was war das für ein Auto? Infernus? Ah, okay. Ich dachte gerade, das fahren in GTA Online jetzt auch endlich mal Fahrzeuge, die... die auch mal wirklich... nicht nur im Shop zu kaufen sind. Die auch mal wirklich zu fahren sind, weil sie neu sind. Schade. Das sind immer der... diese alte Infernus. So. 10 out of 10. 20 out of 10. 20 von 10. 10 out of 10. Auf jeden Fall 10 von 10. Ja, okay. Ich find den auch cool. Ich find das Heck vor allem gefällt mir. Also ich find, an den Wagen kann man sich gewöhnen. Und ich meine, Leute... Warte. Wo sind denn hier die... Nein! Ich wollte... Wo ist... Ich hab doch die Maschinengewehr gekauft. Oh. Oh, oh. Leute. Oh. Was ist gerade passiert? Ah, ich hab den Plattfüße gemacht. Ach, das ist Öl. Wenn ich da drüber fahre... Wow, es ist rutschig. Alter, Leute. So, Auto muss ich mal ein bisschen entleeren. Ne, so sieht's aus. Auto muss ein bisschen entleeren. Alter, ich komm gar nicht vom Fleck. Alter. Das Teil kann ja... Wie viel will der noch scheißen, dieser Wagen? Man kann ja ne komplette Driftbahn mit dem Wagen machen. Wow. Wow. Oh mein Gott. Yo. Alter. Mit dem Wagen kannst du ja richtig driften. Ohne Ende. Guckt euch das an, Freunde. Wir können uns ne ganze Driftbahn machen. So. So, jetzt fassen wir wieder Grip. Alter, ich kann die ganze Lobby voll machen. Mit diesem Öl. Maschinengewehr hat der jetzt nicht, oder? Boah. Leute, das ist komplett Hammer. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist der Hammer. Absolut genial. Heftig, Freunde. Heftig, sag ich mir. Gefällt mir sehr. Aber dass der Wagen so schnell kaputt geht, ne? Diese ganzen Schäden, die ich jetzt am Heck habe. Nicht so nice. Feier ich überhaupt nicht. Fühl ich, äh, eher, eher wenig. Eher weniger, muss ich sagen. Ja. Aber wo kann ich jetzt bitte... Ah. Weißt du, was auch neu ist? Hier. Wir haben einen neuen Radiosender. Und zwar, mh... Motomami Los Santos. Ich kann davon jetzt keine Songs zeigen. Aber das ist ein neuer Radiosender. Ähm, Music Locker ist ja auch bekanntlich ein neuer Song. Radiosender von dem Caio Perico DLC, glaube ich. Oder von, äh, de... Caio... Ne, von dem, äh, Dingens. Cult FM ist auch neu. Leute, wir haben jetzt so viele Radiosender bekommen. Boah. Still Flipping Los Santos. Das sind richtig viele Songs, Radiosender reingekommen. iFruit Radio ist, glaube ich, auch neu. Wo ist denn Radio... Wo ist Radio Los Santos los? Non-Stop-Pop ist hier erst. Oha. Voll weit. So, wie kann ich jetzt... Wie kann ich jetzt hier diese Dingens aktivieren? Hallo. Wo geht denn das? Wo geht das? Ich drücke jetzt die Tasse. Ich will das Maschinengewehr aktivieren. Wo geht das? Ich drücke die Taste. Ich drücke den Knopf. Funktioniert nicht. Ich drücke die beiden Tasten. Es funktioniert nicht. Es funktioniert irgendwie nicht. Ich kann jetzt keine, äh... So Sachen aktivieren. Okay. Dann fahren wir mal zurück in die Firma rein. Und, äh... Ich würde mal sagen, Leute. Wir gehen einfach schon mal in den Open Lobby rein. Weil, äh... Dann können wir uns ja rein spawnen lassen. Spawn-Punkt machen wir mal schon rein auf, äh... So. Die Agentur. Und dann suche ich jetzt einfach mal eine neue Sitzung. Und, äh... Dann können wir endlich auf diesen PC zugreifen. Bevor... Äh... Weil dann wissen wir ja... Was wir gleich ungefähr machen werden. Weil ich glaube, wir werden... Äh... Bei Max in die Lobby reinjoinen. Bei Crymax. Magst du Döner vom Dönerladen? Gibt es Döner von Nicht-Dönerläden? Du hast ferngesteuert gekauft. Ah, ich hab ferngesteuert gekauft. Fernsteuerung. Ah, mit Fernsteuerung. Oh, okay. Ich werd's jetzt gleich mal testen. Wie funktioniert das nochmal? Was ist deine Meinung, dass Bottas zu Alfa Romeo und Russell zu Mercedes wechselt? Längst überfällig. Muss ich sagen. Also, Bottas ist zwar ein guter zweiter Fahrer. Vor allem die letzten Drittel der Saison hat er das echt bewiesen, wie gut er fahren kann. Wenn er Mercedes richtig aufgedreht ist. Weil du hast schon gesehen, dass der echt die letzten Rennen wirklich dominant war. Du kannst dann in Bottas sehen, wie gut der Mercedes ist. Und du hast in Baku gesehen, wie schlecht er zum Beispiel war. Also, ich finde aber, Russell hat sich die Chance seit dem letzten Jahr, seitdem er das Rennen gefahren ist, mehr als verdient. Und das ist schon längst überflüssig gewesen, dass er das mal endlich die Chance bekommt, gegen Lewis Hamilton zu kämpfen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaub, das wird knapp zwischen den beiden. Oh, was ist das? Eine Limo kaufen. Neuer Automat. Steht da wenigstens was anderes im Angebot? Ja, Junk. Okay. Wetten, Leute, wenn ich jetzt aus diesem Junk-Automaten in eine Limo trinke? Ist es Sprunk? Es ist hundertprozentig eine Sprunk-Dose. Save. Pass auf. Eine grüne Sprunk-Dose. Ist es das? Wo ist die Dose hin? Die liegt da. Die liegt da in der Ecke. Ich konnte es nicht sehen. Ey, wie soll man das wegräumen? Das räumt doch niemand mehr weg. So, dann gehen wir mal runter. Du triffst gute Entscheidungen, Homie. Danke für die gute Investition ins Geschäft. Mit diesen Waffen haben wir alles, was wir brauchen. Ich hab schon ein paar hier. Sprich mit unserem Mann in der Waffenkammer, wann immer du willst, und rüste dich mit allen aus, was du Security-Aufträge brauchst. Peace. Hauptsache, man macht Security-Aufträge, aber sagt dann am Ende Peace. So. Oh, ist das unser Büro? Wir haben den Teil ja gar nicht erkundet. Das ist so richtig heftig, Leute. Diskussionsraum, so Chefraum. Franklin! Willst du jetzt mal muten? Absolut geiles Auto. Absolut geiles Big-Baba-Auto, Leute. Lasst dafür mal ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Es wird nice. Jungs! Yo! Ich bin ready. Habt ihr Bock, oder was? Ja! Ey, okay, D-King ja auch mal wieder am Start. Das Ding ist, D-King hört man auch immer nur, wenn ein neues GTA-Update kommt. Ja, es ist echt so. Ansonsten ist der Junge untergetaucht, Leute. Ich muss hier mal ganz kurz bei mir Klimaanlage an. Machen wir es so warm. Echt jetzt? Hat schon Dings hier. Soll ich die Mission starten, oder habt ihr schon? Ich wollt grad mit... Nö, ich hab den PC... Also, ich bin jetzt in der Open Lobby. Du könntest, wenn du willst, zu mir reinjoinen. Weil dann kann man ja direkt in den PC... Ich join jetzt Max rein. Oder ich join Max. Ich guck mal, ich guck mal. Bleibt mal in eurer Lobby. Ich starte direkt mal das Ding. Ja. Dann könnt ihr direkt in die Mission reinkommen. Also, ja, ich war noch ganz schön online drin, deswegen. Wisst ihr, was geil ist? Wenn du zu Franklin in das Büro gehst und in den PC guckst, dann ist er einfach Job als Desktop-Hintergrund. Ja, Bro, ist dir auch aufgefallen, dass Job älter aussieht? Ja, ja, ja. Der sitzt... Der läuft nicht mehr viel, hat er gesagt. Der ist nicht mehr so fit. Mega, übelst. Ja, der sieht auch von der Optik her älter aus. Ja. Hast du die drei neuen Waffen schon gesehen? Ja, ja, alle gekauft sofort. Elektroschocker, dann diese EMP-Granate. Hast du den mal getestet? Nee, noch nicht. Elektroschocker gibt's jetzt? Warte mal, warte mal. Lass mal den EMP-Werfer testen. Ja, den gibt's jetzt auch online. Ich muss mal den EMP-Werfer jetzt testen. Aber weißt du, dieser Bentley, ne? Der jetzt draußen ist. Das ist doch Bentley Continental, oder? Nee, nee, das ist der Flying Spur oder so heißt der. Also die Limousine. Der Continental ist der Coupé. Ah, okay. Der kann ja, das ist übelst geil, weil der kann einfach Öl abwerfen, wenn du linken Stick drückst. Bro, das können die alle. Das können die alle. Ich hab den Rolls-Royce getunt, gepanzert, hält sogar eine Annäherungsmine aus. Hammer. Mich hat grad jemand mit einer Annäherungsmine oder mit einer Haftung abgeworfen. Ja, also eine hält der aus und dann noch eine. Also quasi so zwei quasi. Ja, geil. Und halt auch das mit dem Hack-Sensor und keine Ahnung was, Anti-Bomben-Ding und so. Man kann die, also die Autos kannst du übelst geil auftunen. Das ist ja Herr Hammer. Also gute EMP-Waffe, sag ich dir ehrlich, ist ein bisschen unnötig. Wenn ich jetzt hier auf Autos schieße, dann bleiben die halt einfach stehen. Obwohl, nee, nur kurz sogar. Die bleiben sogar nur kurz stehen. Hä? Voll unnötig. Ja. Aber ich fahre auch diesen neuen Wagen von Franklin, ne? Ist ja auch aufgefallen in der Garage. Das ist ja Franklins Auto. Ja, ja, quasi so eine neue Version von Franklin. Ja, Mann. So, Leute, wir fahren jetzt mal kurz zum Büro, dann starten wir mal mit den Missionen rein. Ich bin sehr, sehr gehalten. Ey, da wo es das Büro gibt, ne? Ist das Gebäude nicht eigentlich neu? Nee, nee, das Gebäude... War das immer schon da? Ja, ja, das war schon immer da, aber halt ohne Interieur, ne? Das kommt mir irgendwie so voll neu vor, weißt du? Naja, naja. So, ich komme mal in deine Lobby rein. Aber ich muss sagen, wirklich ein richtig gutes Update bis jetzt. Also gefällt mir extrem gut. Ja, finde ich auch. Was war das letzte Update? Äh, Caio Perico, oder? Ne, das ist nicht so noch so ein Tuning-Update. Ja, Los Santos Tuners, stimmt. An sich ein bisschen langweilig, hat man jetzt nicht viel gemacht, außer getunt. Und Caio Perico war halt auch voll der Reinfall, weil man halt nur für die Missionen auf die Insel konnte. Deswegen, ich würde es sagen... Kein Juckt mehr, die Insel. Ja, ich würde mich einfach mal so weit aus dem Fenster lehnen, dass das einfach seit langem mal wieder ein richtig geiles Update ist. Ey, ich schiebe mich dann in den C direkt ab. Würde ich jetzt auch sagen, so, aus dem Stehgreif. Die Autos sind cool, Franklin dabei, so. Ja, ja. Ist wirklich geil, wirklich geil. Aber ich weiß nicht, ist das jetzt wieder so ein DLC, wo man so eine Firma aufbaut und dann wieder so Aufsammlungsmissionen macht wie früher? Ich glaube, es sind nur Story-Missionen. Ich weiß es nicht. Warte mal, wir testen das mal. Ich denke, es wird so sein. Agentur, Dienstleistung, was kann der? Ey, Alter, der kann uns auch Fahrzeuge und so holen, der Konzertschule. Okay, cool. So, wir gehen mal kurz an den PC. Dann geht's los. Wie habt ihr eigentlich euer Ding... Welche Farbe habt ihr von den Wänden gemacht? Ich habe das Teuerste. Ich habe dieses Moosgrün oder so, dieses Gelbe genommen und Royal. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe das hier so grün gemacht irgendwie. Ich finde das Detail auch geil, wenn du in diesem Wohnungsbereich bist, wo dieses Bett ist, dann links einfach Karte von König und rechts von Dame. Da weißt du halt, wo die Frau schläfen und der Mann schlafen soll, weißt du? Warum hängt das Damenbild dann nicht in der Küche? Erstmal canceln, Junge. Erstmal canceln. Leute, joke. Choke, bevor das hier wieder zuerst genommen wird. Ja, ich sehe schon, die Bild schreibt einen Artikel. Nein. Man darf doch nur Witze machen. Ja, finde ich auch. So, Leute, let's go. Okay. Wir sind jetzt CEO, jetzt kann ich mich hier hinsetzen. Jetzt kannst du mich einladen erstmal, oder? Ja, genau. Müsste jetzt gehen. Warte mal hier. Also ich bin ja in deiner Lobby. Einloggen. Okay, wir loggen uns jetzt hier mal ein. Ich gucke jetzt mal. Aber du kannst Franklin's Wagen auch kaufen, ne? Ja. Bei South and South Andreas. Die IP-Aufpräge sind auch gesperrt. Weil ich glaube, bevor du an den PC gehst, musst du mich in deine Gang einladen. Weil sonst machst du die wieder alleine. Ja, CEO musst du sein. Okay. Und dann in die Organisation einladen. Okay, der hat mich hier eh gerade noch zugetextet. Okay, warte. Dann lade ich euch jetzt erstmal ein. Dann gehe ich nochmal kurz weg vom PC. So, warte. Der labert mich wieder voll. Ich kann nicht raus. Alter. Hier bebt es ja richtig. Explodieren da Sachen? Ja, draußen. Draußen. Die Leute sind am durchdrehen. Typisch. Aber das wäre so ein Tonstudio eigentlich. Mogib. Dankeschön für zwei Euro. Ah, das sind die Missionen, glaube ich, mit Dr. Dre. Ich dachte auch, wir kaufen ein Tonstudio. Habe ich auch. Habe ich auch gedacht, ehrlich. Ey. Ey, Jungs, warte mal. Ich kann hier gerade nichts machen. Ich werde dir gerade zugequatscht. Sorry. Ja, ist gut. Ich warte euch so schnell eins, wie es geht. Ey. Aber der kostet einfach so viel, ne? Alles wieder, Digga. Der hat so keinen Zweck, aber der kostet einfach hundertmal oder tausendmal mehr als so Standardpistolen, ne? Was hat der 20.000 oder so gekostet, ne? 350.000 oder so. Ich frage mich gerade, wo bin ich hier nochmal? Ey, Bro, lass mich doch mal hier wieder rausgehen. Ich habe es mir doch gesagt. Ich kann gerade nichts machen. Der labert so lange. Ja. Ich mach doch jetzt mal aufzudrehen. Das finde ich immer auch doof, dass man das nicht einfach überspringen kann. Ja, das ist das Tutorial. Also, bevor ich da jetzt an den PC gehe, warte ich lieber, dass Max mich einlädt, weil sonst wird das hier klaut. Ja, ich kann jetzt raus, kann mich jetzt einladen. Ja. Musst du dafür zu Franklin gehen oder? Ah, nee, zu deinem eigenen Büro. Ja, der muss Dings, der muss sich als CEO. Seeking, IDZOK. So. Kann ich starte hier noch einen Kollegen von mir ein, der auch hier in der Lobby ist? Der kann einfach mitmachen. So. Ab in die Geringverdieneragentur. Ey. Du musst uns aber jetzt nur in die Agentur eingeladen, ne? Du musst uns ins Dings und sein laden. Ja, da können wir, glaube ich, selber rein, oder? Nee, nee, du musst dich als CEO anmelden und dann uns in deine... Bin ich doch, bin ich doch, Digga. Ich bin hier drin. Wir sind ja drin. Ey, ihr seid doch hier. Aber wo steht denn hier? Hier steht ja gar nicht Crymax und Partner. Was soll denn das? Ja, ey, das habe ich auch schon aufgeregt. Man kauft ja für 5 Millionen so ein Büro und dann steht da nicht mal mein Name, ey. Frank, der sagt, du bist Eigentümer. Ähm. Warte mal. Gibt es noch neue Klamotten? Äh, gute Frage. Ich gehe jetzt mal wieder an den PC, Jungs. Ich check jetzt mal, dass ich das hier für uns starten kann. Yo. Ach, warte mal, das ist ja gar nicht iCrymax. Ich so, was steht der da rum? Das ist gar nicht iCrymax. Nee, ich sitze hier im PC. Nee, ich meinte, wir müssen doch eigentlich in deine Organisation noch reinkommen. Als deine Mitarbeiter. Ja, stimmt. Du hast uns nur einen in den Laden eingeladen. Aber du musst uns doch in deinen... Ey, bin ich jetzt doof? Ich dachte, ich hätte das gemacht. Nein, du hast uns in dein Haus hier eingeladen. Oh, sorry. Du musst doch mit SecuroSurf. Aber schön, euch hier mal alle in meinem Büro zu sehen, ihr Hohn. Ja, guck mal, da hat jemand dein Outfit kopiert. Ich dachte, das wärst du. Ey, Digga, wer kann ist das eigentlich dein Ernst, Alter? Ich dachte, was macht der hier? Wer kann ist das dein Ernst, Alter? Einfach, ey. Aber egal. Es laufen so viele Leute in diesem Outfit rum. Ey. OG-Outfit. So, Jungs, kommt rein. Also das wirklich seit acht Jahren, das Outfit. Was? Ich lese gerade 0%. Ich habe aus Versehen akzeptiert. 0% Anteile. Gibt es ja wohl nicht. Perfekt. IDZOCK ist beigetreten. DKing ist beigetreten. Berkant ist noch nicht beigetreten. Berkant musst du machen. Okay. So, zack. Dann würde ich sagen, jetzt gehen wir hier endlich mal, jetzt starten wir hier mal die Mission. So. Ist noch ein bisschen unaufgeräumt hier, Jungs. Ich bin gerade erst eingezogen. Ah, diese 100-Dollar-Schein ist schon da heftig. Okay, let's go. Also ich kann jetzt hier am Anfang wählen, Rettungsmission, Güterschutz oder Gangterminierung. Beschützer-Assets-Klienten, Güterschutz, Beschützer-Assets-Klienten. Ich glaube, man muss alle machen, oder? Komm, wir machen einfach mal die erste, die Rettungsmission. Wir fangen mal an. Bezahlung, 36.000 Dollar kriegen wir. Das ist schon ein bisschen schlecht. Ja, so Standardauftrag, ja. Jetzt 36 Geld, das Büro hat 5 Millionen gekostet. Du kaufst dir ein Büro für 5 Millionen, um dann Aufträge für 36 Geld zu machen. aus mathematischer Sicht. Da musst du noch Steuern zahlen. Da musst du, also, da musst du erst mal für 200 Mal die Mission machen, dass sich das hier rentiert hat. Okay, Jungs, es geht los, es geht los. Verlass die Agentur. Die Mission beginnt. Okay, let's go. Außer aus meinem Laden jetzt hier. Warte mal, müssen wir wieder runter. Okay, let's go. Dieser Junge von Okay, let's go, die hat mich ein bisschen an dich erinnert. Was? Was lauerst du da? Warum? Ich meine, klar, ich sah zwar so aus als Kind, seit der 3. Klasse hatte ich eine Brille. Bro, das war ein Witz, aber gut. Okay, let's go. Hey, was macht denn hier die Polizei? Oh fuck. Seid ihr auch bei mir in der Garage? Ich habe Franklin weggedrückt. So, also ich bin bei mir in der Garage. Ja, okay, aber Max, du bist so Autoexperte. Ich dachte, das ist Bentley Continental. Also, ich habe ja keine Ahnung von. Was ist das für ein Wagen hier? Ja, nee, das ist doch, ja, Digga, sag ich doch, dieser Flying Spur oder so heißt der. Flying Spur, aber der hat doch vorne auch die runden Leuchten. Ja, Bro, das Bentley hat immer diese runden, Digga. Man merkt man wieder, dass Eddie Zuck gar keine Ahnung hat, schade. Das Modell von Bentleys, meinst du, ne? Ja. Okay. Digga. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wo ist denn jetzt mein Gepang? Hans hat er Rolls-Royce. Ich drehe hier durch. Warum ist der jetzt noch nicht geliefert in meiner Garage? Ich sehe jetzt erst beim Osmuc. Oh, Digga. Hey, seit, also dieses Maschinengewehr aktiviert sich bei mir nur in Missionen, in dem Wagen. Boah, das ist schon cool. Ey, Jungs, wo seid ihr? Ja, ich bin unterwegs. Ja, ey, danke, dass ihr mich mitgenommen habt. Schade. Ach so. Moment mal kurz. Der Chauffeur kommt vorbei. Ja, Leute, da sieht man einfach wieder, dass man gute Freunde hat. Ey, wir drei sind schon vorgefahren. Ich so, wo bist du? Wo bist du, Alter? Ja, Bro, guck mal, ich brauche meinen gepanzerten Rolls-Royce, ansonsten will ich die Mission nicht machen. Ey, ihr habt hier gepanzerten Bentley. Alter, ich kann ihn ja auch einfach anrufen von mir. Schade. Ja, guck mal, wir brauchen hier unsere gepanzerten englischen Edelkarossen, ansonsten macht die Serie gar keinen Sinn. Bist du hier der, der blaue? Nee, nee, rate. Komm mal, alles. Doch, das bist du doch hier. Ja, ja. Ich bin noch nicht bei. Oh mein Gott. Ah, ich habe diese Ölfalle gelegt. Ich habe Ölbombe gelegt, aus Versehen. Wir sehen ja aus wie Schmalspunnen, wenn wir jetzt hier nicht, äh... Alter. Das ist wie auf Eis. Boah. Hast du auch geil getunt, Digga. Ja. Ich habe möglichst viele Carbon-Teile. Weiß. Ja. Aber direkt zerkratzt, ne? Boah, so Silber. Was ist das für eine... Ist das... Ah. Das ist so Diamant-Blau. Ey, die Polizei rammt mich und ich habe drei Schöne. Wollte mich verarschen. What? Digga. Okay, let's go, Junge, komm. Lass einfach zum Missionsdenk fahren. Jungs, wo bleibt ihr? Ja, äh, ich weiß nicht. Max hat Pause gedrückt. Ich mach hier Monigard. Eid, ist dir mal aufgefallen, dass man jetzt, äh, mit den gepanzerten Fenstern übelst cool, ne? Dass die, dass die scheiden jetzt so, so... Ey, da macht ein anderer Spieler, mach dir Auge. Warte, ich mach den kaputt. Alter. Ja, jetzt haben wir auch drei Sterne bekommen. Wollte auf meinen Panzerwagen schießen, der kickte ich nicht. Alter, was ist hier los? Wir müssen jetzt hier zum Einsatzgebiet. Schön im gepanzerten Rolli, Leute. Oh, die Polizei, Alter. Ey, ich, 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 du... Ich mach jetzt immer wieder Ölbombe legen. Da können die mir nicht folgen, die Polizei. Diese Öldinge auch richtig geil. Ja, Mann. Du kannst hier ohne nichts holen. Gerade jemand hat mich jemanden verfolgt. Gerade jemand hat mich jemanden verfolgt. Ich hab die ganze Zeit hinter mir getrückt. Ey, das ist richtig nützlich, das Auto mal. Oh, perfekt, Jungs. Wir kommen hier mit Sterne. Perfekt für die Mission. Und den Lamborghini Sian, das ist doch der Sian, oder? Hast du den gegönnt? Ich dachte, es wäre der Veneno. Aber kann auch Sian sein. Weißt du? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall irgendwie so ein besonderes Mittel. Schwierig zu sagen. Ich kann auch sein. Also, Heidi, ich muss sagen, hast du geil getunt deine Kiste, ne? Wir sind richtig edel. Ja, ja, ja. Vor allem diese dezente Spoilerlippe. Weißt du? Genau über meinem Zähler auch. Das ist genau richtig dezent. Schön. Ganz dezent, so. Hätte ich nicht gedacht, dass du so gut tunen kannst. Ach, Bro, ich dachte, der Wagen ist edel. Dann machst du halt so eine Edelkombi, ne? Ich muss gar nicht aus dem Auto aussteigen. Du hast gerade das Auto einfach weggeholt. Guck mal, Leute, wir machen das in unserem Gepack. Nein! Nein! Mein Auto. Ey, ich hätte jetzt erwartet, dass für den Preis das Auto schwimmen kann. Jungs, wenn ihr Abholung braucht, ich stehe hier bereit. Ja, ich bin ready hier. Die Kliente kann sterben, ne? Okay, wir müssen jetzt noch die Kopf abschütteln, dann haben wir es. Jungs, da gibt es zwei Leute, die unsespaar sind. Kannst einsteigen? Okay. Wo ist die Klientin? Bist du drin? Erstmal schön. Nee, nee, warte mal. Nee, die ist da unten. Warten noch da unten. Ah, Mann, die soll einsteigen. Wir müssen erst die Kopf loswerden. Dann kann ich, warte mal, ich teste mal, ob ich Lester anrufen kann. Ich mach uns die Kopf weg, so. Wer sind die Leute da? Die sind unsichtbar. Ich bin tot, ich bin tot, Digga. Die sind unsichtbar. Hä? Ja, Digga, Leute, ja, das sind irgendwelche... Digga. Bro, von wegen gepanzerte Scheiben, nur für Fahrer. Bro, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Aber die Klientin fährt. Lass gleich einfach privat über den Ding. Das geht halt nicht so leicht, weil die Mission kannst du nur auf dem Lobby machen. Alter, mein armer Wagen. Digga, fühl dich doch nicht so, du Stück Scheiße, Digga. Du bist der, Max, schuld dich ab. Wow. Ja, Puschelmeister 14 ist einfach nur ein Opfer, Digga. Alter, die haben sich unsichtbar machen lassen. Das ist ja richtig frech. Ja, Digga, schuldig. Nein, ich leg ein paar Ölbomben für die. So, soll er ruhig Spaß haben. So, rein hier, rein hier, rein hier, rein da, rein da, rein da. Mission vorbei. Nein, Max! Oder wer war das? Ich weiß es nicht, Digga. Mission fehlgeschlagen. Lass mal kurz private Lobby gehen, Digga. Ich mach jetzt eine private Lobby. Ich hab keinen Bock hier auf Streamsniper. Aber die Mission kannst du nicht in der Private Lobby machen. Bist du sicher? Ja. Da stand, trete in der öffentlichen Besitzung bei, um eine Mission zu starten. Du müsstest einfach hoffen, dass du in eine reinkommst, wo keiner ist. Als ob wir Streamsniper haben. Doch, doch. Digga, Heidi, wir haben hier, keine Ahnung wie viele tausend Zuschauer. Natürlich haben wir Streamsniper. Digga, ich mach kurz, lass aber, warte, ich suche eine neue Lobby kurz, okay? Weil, Digga, ich will den, ich will den Opfern gar nicht die, die Aufmerksamkeit geben. Neue Sitzung finden, dann können sie erstmal schön Zeit damit verbinden. Das sind einfach die Hater. Das sind halt nervig, ne? Leute, scheiß drauf. Ich wechsle kurz Lobby, dann machen wir weiter. Ich will denen gar nicht die Aufmerksamkeit für meinen Stream geben, weil können sie sich später... Hast du Spawnpunkt eingestellt auf dein Büro? Äh, oh, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so oft. Ja, oh, das wird dann ein bisschen länger dauern. Aber ich weiß nicht, wie viele Missionen das sind. Ob man das schon heute alles in den Stream packen kann? Weiß ich auch nicht, Leute. Weiß ich nicht. Aber ja, wir haben ja Zeit. Kein Stress. Ja, easy. Also ich kann bis, was weiß ich, 20, 21 Uhr. Das ist mir völlig egal. So, also, ähm... Scheiße, wenn ich hier irgendwo nirgendwo... Ihr, äh, könnt mir schon mal hinterher scheuen, sonst. Oh, jo. Mhm. Marlon, danke schön für den Fünfer. Kuss, kuss, kuss. Max, hast du dir denn ne neue Uhr gegönnt, ne? Ja, 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 genau. AP Royal Oak, ne? Edelstahl. Heftig, heftig, heftig. Ja, Bro, ich sag dir ehrlich, die Uhr, dass ich die zum Listenpreis bekommen hab, das ist, äh... Da stehen andere fünf Jahre auf der Warteliste, ne? Das ist ganz krass. Das ist absolut krank. Ich hab mir jetzt auch ne... Ich hab mir jetzt auch eine gegönnt. Ach. Ja, ich hab dazu gar nichts gepostet oder so. Ich, ich, ich wollt's ursprünglich machen, aber... Ich dachte mir erst mal so, ich halt's eigentlich so, erst mal so geheim, weißt du. Ja. Boah, ich sag dir ehrlich, im Nachhinein würd ich's auch geheim... Ich hab ja, sag ich mal, äh, diesmal ein Video drüber gemacht, sag ich mal, weil der... Das ist ne Kooperation gewesen, ne? Genau, ja, weil der, der Juwelier mir halt auf Ehre so die Uhr zur Verfügung gestellt hat, ähm, aber ansonsten würd ich das auch nur noch privat halten, das Thema, weil, ja... Kann sein, dass ich vielleicht so ne Story mache oder so, dass man in Zukunft auf Instagram-Bildern das sieht. Aber ist das die Uhr geworden, wo du mal von erzählt hast? Äh, ich glaub schon. Datejust 41, äh, ich kann's ja mal, ja gut, kann ich mal ein Foto dir schicken, Max, ne? Warte kurz, ich hab's ja grad... Oder musst du euch einladen? Ich würd schon in der Lobby, du musst ab und zu in die Organisation und in den Laden einladen. Hä? Warte mal, ich schräg jetzt hier irgendwie, ich muss jetzt... Ja, ich will da nicht hinfahren. Irgendwie, er sagt mir jetzt hier, ich muss zur Davis-Mall fahren. Eigentlich gar nicht. Oh, ich will einfach in mein Büro jetzt hier rein. Das ist die Datejust 2021er-Modell. Dann will die mal... Ja, die mach ich auch, Moment. So, Leute, wir gucken uns mal hier kurz an, was ID-Zox sich für ne Uhr gezogen hat. Ihr wisst, ich bin ein großer Uhren-Fan. Oh. Marschallah, Digga. ID-Maschine. Ja. Schöne Rolli. Ich sag euch noch ehrlich, Jungs, mit dem... Wenn ihr gutes Geld verdient, mit einer schönen Uhr, mit einer Rolli, es kommt natürlich immer auf die Mark an, zum Beispiel Rolex. AP, Patek macht dir nie was falsch, das ist eine Wertanlage. Da kriegt ihr am Ende des Tages sogar noch Geld dafür, dass ihr die Uhr getragen habt. So ein Ding ist das. Weil die werden nur mehr wert werden, so. Und ich sag mal, gerade zur aktuellen Zeit mit Inflation hinher, dies, das. Geld ist aktuell eh gefühlt nix wert. Wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, dann parkt es lieber rein aus wirtschaftlicher Sicht. Also, parkt es lieber in der Uhr, als einfach auf ein Konto-Ding zu lassen. Also, ich bin da auch großer Fan davon. Ich kann euch ja mal einfach nur sagen, meine Uhren, die ich hab, Leute, die haben so viel an Wert gewonnen. Und ich hab jetzt nicht mal so diese krass wertstabilen Modelle. Und selbst die haben trotzdem voll an den Berg gewonnen. Michelle, dankeschön für 13 Monate. Nochmal, Michelle, 5 Euro, Kuss, Kuss, Kuss. Zum Beispiel die Daydate, die ich hab, die ist mittlerweile 5k mehr wert, obwohl das Vollgold ist und Golduhren machen halt sehr wenig. Aber ich mein, im Endeffekt dafür, dass man eine Uhr hat, 5000 quasi mehr. Oder die AP ist ja sowieso geistenskrank, die hab ich ja für 23 Gold, die ist ja 51, wird die ja gehandelt. Was? Die ist doppelt. Ja, ja, bro, weiß ich, wie krank so eine Stahl-AP ist, dass ich die zum Listenpreis bekomme. Das ist, also, äh... Das ist schon heftig. Ja, ja. Meine iStout-AP hab ich übrigens heute verkauft, Leute. Die hab ich nicht mehr. Ich dachte mir aber, die Uhr, die ich mir holt hab, ich wollte immer so eine komplett Silber, weil ich dachte, okay, das passt ganz gut, weil... Das sieht auch richtig schön aus, Digga. Ja, danke dir, Digga. Ich mein, ich hab ja das Silber, ne iPhone, ich hab ein weißes Auto, ich hab, äh, Playstation ist weiß, Nintendo Switch ist weiß und so. So weiß, Silber, alles mögliche so in dem Style. Finde ich, sieht ganz nice aus, so. Digga, richtig edel. Also, ich muss auch ehrlich sagen, ich hab die Datejust noch nie mit diesem Stahl-Ziffern-Bad gesehen. Echt nicht? Ich liebe das. Das ist so, so, äh, im Kreis rotierend. Also, das ist so... Ne, die sind so, wie soll ich sagen, das sind so, als wäre das so Sonnenstrahlen, also, so, diese Gebürst, du weißt, diese, als wäre das Gebürstet, das Aluminium, aber das ist so rundiert, dass das so, in der Mitte ist der Punkt und dann diese Streifen gehen nach außen, so. Also, das hat so einen richtig geilen Schimmer-Effekt. Ist geil. Also, hab ich ehrlich gesagt noch nie bei einer Datejust gesehen. Aber, willst du sagen, wie viel du dafür gezahlt hast? Ja, 12,5 ist nicht wenig, muss ich sagen. Ist wirklich nicht wenig. Das ist nämlich das Ding, was ich gerade gesagt habe, weil der eigentliche Listenpreis, davon ist ja, glaube ich, 8,5, 9 oder so. Also, die werden ja auch jedes Jahr teurer. Rolex macht ja immer jedes Jahr so 2 bis 6 Prozent Preiserhöhung, damit die Uhren halt auch immer wertstabiler werden. Aber, ne, du kriegst keine Uhren zum Listenpreis. Außer halt, ich hab's halt bei der AP-Bus. Also, ich hätte sie vielleicht bei Crow Next bekommen für 800 Euro weniger, aber ich bin da ehrlich, ich hab jetzt keine Lust, da jetzt... Also, klar, ich könnte jetzt in diesen Showroom nach Köln fahren und mir die holen, aber für die erste Uhr würde ich es erstmal zum Juwelier des Vertrauens bringen, damit ich auch weiß, wo ich die warten lassen kann, ne? Wo hast du die geholt? Äh, Zeitlos-Watches. Ich wollte erst bei Marc Gebauer, aber... Zeitlos-Watches, mit denen hab ich neulich erst auf Insta, äh, gestern erst auf Insta geschrieben. Echt? Ja, ja. Ja, der Metin, ne? Ich weiß nicht, das ist derjenige, der... Echt? Ich kenn dich nicht. Ich hatte den nur geschrieben wegen der AP, die ich ja verkauft hab. Ja. Die haben schon viele, die haben hier die, ähm, Submarine Hulk Edition, Pepsi Edition haben die auch, glaub ich, eine. Ja, äh, hier Marc hatte ich dir ja den Kontakt weitergeleitet. Ja, genau. Ich hab auch, äh, geschrieben mit beiden, also mit ihm und mit der, äh, diejenigen, die organisiert, weißt du? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen darf, wer das organisiert, aber es gibt ja eine... Eine Person, äh, die... Hat der nichts gehabt für dich, oder was? Ähm, ja, die, äh, also zu dem Zeitpunkt, wo ich dir geschrieben hab, war sie noch da? Dann, als du mir geantwortet hast, war die schon weg, äh, weißt du, die Uhr. Also, das war 2019er Modell, 19er Modell ungetragen, aber, also das ist ja das Modell mit dem neuen, äh, Uhrgetriebe, ne, das 72 Stunden, äh, Gangreserve hat. Ah, okay, okay. 2019 haben die ja die Gangreserve dort irgendwie höher gemacht, also so ein neues Laufwerk. Das ist halt schon cool. Ähm, ja, am Ende hat sie sich noch nicht gemeldet, ähm, und, äh, ja, dann kam halt ein anderer auf mich zu, weil ich ihm gesagt hab, welche Uhr ich haben will. Und dann dachte ich mir, okay, dann hat er mir Kontakt weitergeleitet und hat sie sich sehr schnell gehabt. Wollte ich noch ein bisschen runterhandeln, aber war keiner, von dem ich bereits eine Uhr gekauft hab, und ich dachte, deswegen musst du halt diesen Preis bezahlen, solange du noch nicht so wirklich, weißt du, gute Beziehung zu ihm hast, zu ihm hinterher, glaube ich. Ja, klar, klar, verstehe ich. Aber, Bro, ich sag dir ehrlich, ich mach's dir nichts falsch mit, da hast du dir natürlich ein bisschen über Liste gekauft, aber so sind ja die Preise gerade, die wird auch nur noch wertstabiler werden, das wird sich weniger. Ja, denke ich auch. Du hast schön, schön Geld. Ich hab aber ehrlich gesagt, ich denk, das gehört sich so, wenn man eine, die erste Uhr hat, ich glaub, die verkaufst du gefühlt nie, so. Äh, doch, ich hab meine verkauft. Aber deine erste Uhr war ja keine Rolex. Ja, achso, aber meine erste Rolex hab ich auch verkauft. Ja, okay, okay, okay. Aber du hast ja noch eine Breitling. Du hast noch eine Breitling gehabt. Genau, eine Breitling, dann eine Datejust, dann eine Daydate, dann eine AP, Royal Oak Offshore, dann die AP, Ice Out und Daydate. Und die Ice Out hab ich jetzt verkauft. Der hat mehr Uhren gehabt, als meine Wohnung wert ist, ey. Ich bin schon immer Uhren-Fan. Ähm, okay, Jungs, warte, ich lade euch jetzt wieder ein. Ja, Mann. So, meine Freunde. Okay, guck mal, ob ihr reinkommen könnt. So, Mitarbeiter, ja, bin ich drin. Okay, ID-Zock, okay, Alarm angenommen, sehr gut, dann starte ich jetzt wieder die Mission. Leute, tut uns leid für die kleine Unterbrechung, aber wie gesagt, ich will diesen Stream-Snipern gar nicht diese Aufmerksamkeit geben, weißt du, weil da fühlen die sich und fühlen sich cool und machen TikToks und erzählen, dass ihren Freunden, wie cool die sind, dass die Crimex im Stream genervt haben. Ich will denen gar nicht die Aufmerksamkeit geben. Da investiere ich lieber fünf Minuten länger, kurz im Lobby zu wechseln und die können sich keine Ahnung was machen. So. Der Taser braucht aber echt lange, um nachzuladen, ne? Welche? EMP-Granate? Ne, der Taser. Äh, wo ist die, der Taser? So, jetzt nochmal hier. Ach, nö, die haben den genervt. Die haben den genervt. Warte mal, das sind jetzt andere Aufträge hier. Ist jetzt irgendwas anderes. Haben wir das jetzt gerade beendet? Ey, das ist einfach eine... Sorry, ich bin jetzt sauer auf Rockstar. Du zahlst 400k für den Elektroschocker und er braucht 30 Sekunden zum Nachladen. Ja, aber ansonsten, Bro, überleg mal, wie die Leute spamen würden. Die können es gar nicht mehr aufhören. Aber für die Story-Mission. Das ist ja nutzlos. Okay, Leute, ich hab jetzt wieder, äh, das Ding gestartet. Aber wartet ganz kurz, bevor ihr wieder hinfahrt, lasst zusammenkommen. Information? Oh, oh, oh. Okay, let's go, Leute. Jetzt starten wir die Mission. Wir müssen, glaube ich, noch warten auf Max. Wo ist er denn? Wo bist du? Ich komm jetzt raus. Okay. Oh, wir müssen zum Vanilla Unicorn. Oh, nein, bitte sagt mir, die sind zensiert. Oh, 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 oh. Oh, oh, Bro. Ich glaub, ich hab keinen Filter, aber... Also, Leute, wir müssen hier gleich kurz in den Vanilla Unicorn rein für die Mission. Also, wenn ich gleich meine Cam groß mache, spontan, dann ist da irgendwas, was man nicht sehen sollte. Ja. Okay, wenn ihr versteht, wie ich meine... Ich hab hier auch mal den Chat mal wieder aus Knast. Also, bei Twitch ist es ja erlaubt, das ist Gameplay relevant. So, wenn man das machen würde. Ja, klar. Also du hast ja eh eingegeben, dass es 18er-Stream so ne, zum Beispiel. Gibt's ja gefühlt bei jedem Stream an, so. Oh ey, ich bin in eine Ölpfutze reingefahren ey. Ja, das war meine, glaube ich. Okay Jungs, komm lass in die Kolonne fahren, let's go, jetzt beginnt die Mission. Komm ey, kann ich auch, ich kann auch Öl machen. Okay, jetzt wird hier alles weg. Mario Kart, Junge. Einfach Bananenschale. Nein. Okay, wenn du ganz hinten bist, aus welchem Jahrstark. Ey Junge, aber das ist übelst geil, das ist übelst geil, Junge, ich drifte hier komplett, oh, nein. So, ID-Zock hat's zerrissen, perfekt Digga. Alter, aber das ist übelst geil. Ich shoppe hier einfach die ganze Zeit Annäherungsminen. Jetzt stell euch mal so Mario Kart Races vor in GTA, so mit den gleichen Sachen. Oh Leute, guck mal, was hier los ist. Betritt das Vanilla Unicorn. Ja, ich schwenke die Kamera einfach weg. Nein! Oh, dieses Öl. Egal, perfekt. Angst davor. Also Leute, wie gesagt, es kann gleich sein, dass es auf einmal kurz so wird, falls man irgendwas nicht sehen soll, wir gucken, wir gucken einfach. Ich guck einfach nach unten. Also ich, 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 ich geh first person, ich guck nach unten. So ist es. Oh ey, da sind Leute, die schießen. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wer denn? Oh mein Gott. Ach, ich hab nur Elektro. Ey, das ist doch der perfekte Moment, um die Skama zu testen. Oh, oh boy. Oh, wow. Also da sind auf jeden Fall, hä? Da sind ein paar äh, 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 Frauen, die auf uns schießen. Hast du das gesehen, Max? Ja, ja. Ey, ey, warum muss man hier gegen Frauen fighten? Ey, die Skar ist richtig strong. Wo ist das so? Schweres Gewehr, ne? D-King, D-King, geh du mal kurz gucken, ob, wie das da drin ist, ob man da reinlaufen kann. Ja, ich gucke direkt. Es ist streamerfreundlich. Ey, die Skar ist übelst die geile Waffe. Ich glaub, sie hat ein, äh, BH an, ja. Können wir da reinlaufen? Ja, die haben eigentlich alle BHs an. Natürlich. Okay, Leute, stürmt das, stürmt den Laden, stürmt den Laden. Ich fühl mich wie John Wick, alter. Was ist da mit der da hinten? Die lebt noch. Ah, die kann man nicht abnehmen, okay. Boah, die hat so'n geiles Sound, die Waffe. Ey, die Skar ist übelst geil, ne? Ja, man. Ey, also wirklich geile Waffe. Ich glaub, ich mach den Schalldämpfer ab. Wir müssen zum Safe. Was ist das? Wir brauchen ne Kombination. Finde die Safe-Kombination. Okay, Leute, guck mal, ob ihr hier irgendwas findet, um den Safe aufzuknacken. Da hast du ne Überfall aufs Vanilla Unicorn, bleib unten! Oh, untenbleiben. Vielleicht hat dir irgendeiner was gedroppt? Ja, das kann auch sein. Oh, ich hab 500 Dollar gefunden. Geil, 500 Dollar. Oh, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Was steht da drauf? Da steht... Ah, okay. Äh, ich geb's die einfach ein. Okay, ich komm da da von hinten. Man kann jetzt öffnen. Ich öffne, gib mir Deckung, gib mir Deckung. Ohhhh. Okay, nice, nice, nice. Let's go. Ja, ich geb die Deckung. Okay, ey, wir haben einfach die Rolli von ID-Zock hier geklaut. Ey, nein! Komm hinten raus, komm hinten raus. Ja, komm, lass hinten raus. Das ist eine gute Idee. Aber unsere Autos sind vorne, vielleicht doch keine gute Idee. Nee, ich hab ein Auto hinten. Oh, schlau, Dicking, schlau. Digga, Dicking, seit wann bist du so schlau, Alter? Dicking ist plötzlich schlau geworden. Warte kurz, ich muss einsteigen. Leute! So, okay. Okay, komm, komm, komm. Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Wie fahrt die... okay. Oh nein, ich werde angeschossen. Bitte helfen sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen sie mir. Wir haben das überlebt. Okay. Komm, 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 komm. Gefrenzt! Ja, weil Dicking uns in die Luft gejagt hat. Digga, also wirklich mit Dicking. Robert, komm schon. Komm, komm, komm. Und let's go, let's go, let's go. Okay, wir haben die erste Mission erfüllt. Ich muss aber ehrlich sagen, was die Mission angeht, sehe ich noch nicht so ganz durch. Weil das sind irgendwie gerade so Mini-Missionen. Ja. Also das sind jetzt auch nicht Ultra-Tanks, so was das Geld angeht. Louis, danke schön für 1,20 Euro. Für Kai, danke schön für 10 Euro. Und Rad-Tank-Killer, danke. Ich kann's auch noch nicht ganz einschätzen. So, egal. Wir werden die Mission jetzt hier einfach mal beenden. Wenn nicht, machen wir einfach gleich Tuning-Drey, wenn wir hier nicht durch sind. Ja, wenn wir frühzeitig durch sind. Aber... Also wenn das jetzt hier nur so Mini-Missionen sind... Nee, 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 da kommt noch was. Ich meine, die haben ja Cutscenes mit Dr. Dre. Man soll ja seine verlorene Musik finden. Stimmt, stimmt, stimmt. Da kommt noch was. Dr. Dre und so. Das muss noch fetter werden. So, meine gestohlene Uhr wurde wiedergefunden. Tageseinnahmen. 58.000, okay. Spielhallen-Tresor, gut. Sammelst du eigentlich immer... Sammelt irgendjemand diese Einnahmen von den anderen Sachen ein? Nee. Ich hab die noch nie eingesammelt. Eigentlich würde man voll Geld damit machen, aber... Egal. Also hätte ich nicht so viele Millionen auf dem Konto, würde ich das vielleicht auch Spaß machen, aber das ist zu viel Grind. Das Schlimme ist, mein Geld wird immer weniger. Ich hatte mal über 600 Millionen, ich hab nur 160 Millionen. Gib Starsky einfach deinen Account, dann siehst du nie wieder Geld. Okay Jungs, wir haben die Uhr abgegeben. Erste Mission erledigt. Okay. Ich geh mal wieder an den PC und check mal, was so abgeht. Was jetzt hier das nächste ist. Ey, wo ist Franklin? Warum ist denn hier Golfschlä... Ah, Franklin mag ja Golfschlä... Warte mal, wir haben jetzt ja hier sowas geklaut und jetzt ist hier hinten so eine Geldfigur, so ein Hund hier oben in dem Regal. Ich glaube, um es mehr Missionen macht, man macht, desto mehr wird das Büro... Umso voller wird, glaube ich, dein Büro, ja. Genau, das Büro füllt sich dann wieder. Kennt man ja von anderen Updates schon. Das wäre ja Hammer. Hammer hart. Okay, Leute, nächste Mission. Ah, ich hab jetzt hier auch einen Wand-Tresor, 0 Dollar auf dir. Ah, okay. Ja, ich weiß noch nicht, was das DLC auf uns bereitet, aber ich bin sehr gespannt. Wollen direkt nächste Mission. Ja, easy. Abfahrt. Warte kurz. Ist dieses Regal... Ja. Schau mal, es gibt hier VIP-Aufträge, aber die sind noch geschlossen. Ich glaub nämlich, dass die VIP-Aufträge dann die krassen so mit Dr. Trainings sind. Ja. Genau. Wir müssen also hier grad noch ein bisschen die Drecksarbeit machen, sag ich mal. Also dann machen wir hier mal, äh, wir machen mal Gangterminierung. Das, äh, das hört sich doch nach viel Action an. Ja. So. So. Gangterminierung. Hä? Du musst eine Weile warten, bevor du ein weiteres... Oh. Ey, Mann. Mh, ich will doch Spaß haben hier. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Warum musst du jetzt eine Weile warten, um die Negativation zu schaffen? Glaub, damit du die gar nicht mehr so alle hintereinander so schnell machen kannst. Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Wir haben doch nichts verdient. Haben wir was verdient? Ja, doch. Wir haben ein bisschen was bekommen, glaube ich. Ist das hier so eine Art Trophäenregal? Also wir haben jetzt eine Mission gemacht und hier ist so ein Spielzeugkund. Oder wir machen kurz so ein kleines Auto-Tuning-Battle in der Zeit und dann können wir hoffentlich weitermachen. Ja, mit welchem Wagen? Also ich hab hier den Lambo hab ich getunt und diesen Bentley. Hast du schon mal getunt? Ich hab nur die beiden getunt. Ja, perfekt. Das sind die, die ich auch getunen wollte jetzt. Den Lambo hast du noch nicht gesehen, Max. Den hast du noch nicht gesehen. Das ist ein bisschen experimentell. Ja, also wenn... Das Ding ist halt... Ich will ja auch, dass du jetzt was zu tun hast, wenn wir Tuning-Battle machen, weißt du? Okay, dann nehm ich einen anderen Wagen. Ich nehm Franklins Auto. Tuning-Battle muss ja aber das gleiche sein, oder? Ja, lass uns einen Lambo machen. Oder wir machen einen Lambo und du machst einen anderen. Ja, dann mach ich den anderen so. Oh, komm, mach mal ein kleines Tuning-Battle, bevor es hier weitergeht. Ja, machen wir. Du musst zum F gehen. Warte mal. Gehe zum F auf der Karte, damit du VIP-Missionen starten kannst. Ja, gut, könnte echt sein, ne? Ach so. Okay, okay, Leute. Live-Chat, danke für den Tipp. Wir testen das mal. Ansonsten machen wir einen Tuning-Battle, wenn wir warten müssen. Zum F auf der Karte gehen. Gibt es ein F? Also zu Franklins. Hm. Boah, Porsche, Porsche-Tuning-Battle wäre auch ne gute Idee. Der Cayenne. Ja, genau, genau. Ja, okay. Der war cool. Das war jetzt hier im Black-Screen, Digga. Das war sehr cool. Cool. Kuss, Digga. Eilan, danke. Ey, Digga. Ich hänge im Black-Screen gerade. Was ist das? Ah. Ja, aber die Assistentin hier, die sieht schon, äh, sehr, äh, sehr gut aus. Okay, warte noch kurz, wenn es nicht geht, dann muss ich einfach nur starten. Ah, Ladevorgang, okay, da passiert... Ah, okay, Gott sei Dank, geht wieder. Ja, nice. Wie komme ich denn jetzt in meine Agency rein? Nein. So, perfekt, Leute. Ich dachte schon, wir müssen hier einen Neustart machen. Das Spiel ist einmal acht Jahre, Alter. Wir fahren jetzt gleich mal zum F auf der Karte. Das wäre natürlich voll lost, wenn wir einfach die ganze Zeit hätten zum F fahren müssen. Das wäre, äh, sehr, sehr lostness. Komm, wir fahren mal, wir fahren mal den neuen Lambo, Leute. Der interessiert mich auch mal. Dieser Cyan oder Veneno oder welcher das jetzt auch hier ist. Man weiß es nicht genau. Mhm. Oh nein, jetzt bin ich auch im Blackscreen. Och, nee. Ich war auch gerade im Blackscreen. Och, nee. Aber, ey, Leute, ich glaube, das macht echt Sinn hier, das F. Franklin Clinton, ja, warte mal, ich fahr da mal hin. Ich hab das nicht. Oh, Ladevorgang. Das ist schon geil, der neue Lambo hier. Sieht wild aus, kann man bestimmt auch geil tunen. Auf, ja, auf jeden Fall. Wo ist das meine? Das ist, glaube ich, deine Garage, Max. Blasdorf Konto, 153 Millionen noch. Ja, das ist seine Garage. Boah, das wäre richtig geil, Alter, wenn jetzt mal die richtigen Missionen hier anfangen. Wo ist Franklin denn? Hier beim Golfplatz. Seht ihr den nicht auf der Garage? Nee, bei uns ist es nicht. Okay. Petroleum, 8, Adam, 9, danke für 2 Euro. Kleine Spende von YouTube Geld, Supermax. War nice. Ja, danke schön. Kleine Spende. Kleine Spende. Kleine Spende. Oh mein Gott, was? Ich verpasse das alles. Hä? GTA hängt gerade vor. Jetzt. Ich glaube, die Amis kommen bald. Hat der Golfplatz ein Interieur jetzt? Echt? Was? Nee, schade. Nee, nee, ich dachte schon. Ich dachte schon. War so ein gelber Punkt vor dem Golfplatz. Das wäre krass, wenn man da reingehen könnte. Aber ich habe euch jetzt eingeladen. Das ist tatsächlich so. Leute, Live-Chat, Kuss, danke. Ihr hattet recht. Ich weiß nicht mehr genau, wer das reingeschrieben hat, aber derjenige hat auf jeden Fall recht. Ähm, denn... Ah, ich kann nicht rein. Das ist für zwei Spieler. Hä? Oh mein Gott. Ja, warte, dann gehe ich lieber raus, weil du ja auch streamst. Ja, genau. Hier steht ein bis zwei Spieler. Warum denn nur für zwei? Das ist schon wieder ein bisschen lost jetzt. Ja. Für zwei Spieler-Mission. Dann lad nochmal ein. Warte, ich bin... Nee, nee, ich komme rein. Ich komme rein. Ich komme rein. Okay, Leute. Spielersuche... So, schwerste Panzerung kaufen. Spielen. Okay, es geht los, Leute. Das ist jetzt hier eine richtige Mission. Wo hast du so viel Geld? Alles durch Rennen fahren, Kappa. Ja, Shark hat es gekauft, ne? Oh, guck mal hier. Das Outfit auf Golfspieler eingelehnt. Ich mache mal... Ich nehme das Outfit. Die Milch aus dem Büro knallt richtig weg, der kann. Oh, das war keine Milch, was du da getrunken hast. Oh, Franklin! Der Franklin hat es auch geschafft, der ja. Gemachter Mann am Golfspielen, reicher Typ. Das ist weg. Das ist weg. Hey, du, in Vinewood? Das ist, wie all die deals get's done. Aber wenn du wirklich in die Sache bist, dann musst du wirklich in die Sache spielen. Du musst die Spiel spielen. Okay, schau, schau, meine Liga. Weil die Leute sind straight Muggles. Du, sieht das skinny one da? Das ist DJ Poop. Das ist unser Plug, homi. Dr. Dre! Dr. Dre! Dr. Dre! You know what? I'll take a mulligan. That was a perfect shot. You could sneeze and blow that in. Nah, nah. Hold up. I got this. This is a stupid fucking game. Things I do for a hit record. Wait. You're the one that's going to find the phone, right? Excuse me, Mr. Uh...provoking, is it? We're gonna play through, ok? Give you plenty of time to finish up whatever this is. You're gonna what? Come on! We'll just be a second. Right, Dre? Play through. We're gonna play through. Listen, you ain't playing through shit, motherfucker. Oh, very nice. That's very nice. This place is going to crap. What did you just say? You heard what I said. How are we supposed to play around with this bullshit? This used to be a club for pros. Hey, man, back the fuck up and shut your bitch ass up. No, screw this. I still have friends on the board. My wife's having an affair with the owner. Every single one of you is gonna be blackballed before you reach the ninth team. Is that right? Yeah, that's right. Come on, Eugene. Me and you're gonna make some calls and see what's what. What the fuck was that about? Man, the fuck if I know. With everything that's going on in my life right now, this is the last fucking thing I need. She's having an affair with the owner? I gotta call this guy. Nah, 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 nah. Fuck that and fuck this. If these two guys have what it takes to find my property, then they can definitely take care of this shit. We got you, homie. Good. Because I'm done with swinging these fucking clubs, man. What are you doing? Listen, take care of these fucking assholes before they make trouble for me. And if you do, you can handle my business. My phone wasn't lost, man. It was stolen. And there's material on that fucking phone that I really care about. Unreleased material. You know what I'm saying? And if you know anything about me, you know that I don't put anything out before it's ready. And I'm dead-ass serious about that. We got you, homie. Come on, guys. Let's get the fuck out of here. I'm getting agitated. You were kind of pissed off before they said anything. You really need to try something for your mood. I am. It's called golf. Well, golf ain't working. Next time, we're gonna go skate at the rink. Hey, you two bitches can't wait for the legend to shoot his shot. Where you going? I thought you'd like to talk. Come on, man. Es geht los, es geht los. Ja, es geht los. So. Ramme, die Golfwagen. So. Weil einige gesagt haben, E-Gameshorn war zu leise. So. Ich nimm B. Bam, Junge. Alter, ich hab den komplett schon fast eingeschüchtert. Oh ja, wegramen, Alter. Du hast dich mit den Fallstangen gelegt, Junge. Oh, Junge, jetzt muss ich richtig beschleunigen. Warum fährt der denn nicht? Sollten die nicht fahren? Bam. Das ist ja voll schwierig, die richtig wegzurammen. Ja, du musst richtig Speed haben. Man muss die einschüchtern. Ach, man muss die rammen, damit die eingeschüchtert sind. Ist der bei dir... Bei mir ist der überhaupt nicht losgefahren. Bro, Digger. Was ist das hier für eine Mission? Man fährt hier wie so ein Bummi mit einem Golfkart durch die Stadt. Einfach Rentnerleben durchgespielt. So. Okay. B war super easy. Jetzt pass auf, ich bin unterwegs. Welcher ist es? Der Bam, Junge. Ey, du hast mich geraten. Oh, schade. Sorry. Ich wusste nicht, welcher es ist. Warte, der wird jetzt links abbiegen. Save. Save. Oh, nein. Mit Eiligzorg im Team braucht man keine Wege mehr. Digger, ey. Guck mal, jetzt, jetzt. Nein. Ey, der ist die Bummi. Ey, die NPCs abutieren doch, Digger. Ein fetter Rammer, dann haben wir den. Können wir machen ein Tag-Team, Digger. Von zwei Seiten. Ja, ey, ey. Scheren Technik. Warte. Jetzt. Bam, Junge. Warte. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Der wird sich jetzt nicht bewegen. So, ich habe ihn eingeklemmt. Scheren Technik. Ich habe ihn eingeklemmt. Was machst du jetzt, Junge? Ach, der ist schon eingeschüchtert. Folge dem Golfer. Also, ja, dann fahr. Och, fahr doch, Junge. Muss ich den anschieben jetzt? Fahr, Junge. Fahr. So, jetzt hier hinterher. Verfolgen wir den Bummi. Bieg der hier rechts ab. Perfekt, Alter. Geil, dass er die Schranke hat. Der geht einfach geile Pfingst. Ey, der ist viel schneller als wir. Ich gebe voll das. Das ist einfach illegal. Der hat Chip-Tuning gemacht. Er macht illegales Strom. Junge, wo sind die Fahrradkopf, wenn man die braucht? Ey, ich kann nicht schneller als ich. Ey, du hast Windschatten. Ich glaube, Aufholen ist an. Oh, jetzt fahren wir plötzlich schneller. Jetzt kommst du, jetzt kommst du plötzlich. Oh, Junge, jetzt bist du schneller. Das ist absichtlich so. Ich gebe Vollgas. Drag Race bis zum Ziel. Wer gewinnt das Ding? Junge, wer gewinnt das Rentner Race? Oh, Junge, jetzt drängt er mich ab. Ich nehme Abkürzung. Wobei... Oh, Junge. Er will mich rammen. Jetzt ist er weit weg. Warte, aufholen. Aufholen an. Oh, oh, oh. Warte, der ist hier. Oh! Ich konnte nicht bremsen. Hä? Ach so, der hat mich automatisch aufgeschüttet. Jetzt mach mal dem Angst mit dem Golfschläger. Jetzt knallt's hier, Junge. So. Jetzt knallt's hier. So. Oh. Der kriegt jetzt einen reingescheppert. Das ist mit den Falschen angelegt, du Idiot. Ja, so sieht's aus. Hast du was gesagt? Meine Mutter kann nicht kochen, ne? Ja, scheißegal, ob du dich entschuldigst. Los. Hau drauf. Oh, Junge, ich krieg den nicht. Warte, kann ich mal Franklin schlagen? Ah. Hallo. Denk nochmal drüber nach, was du hier gesagt hast. Jod. Eidit. Eidit ist einfach GTA-Rentner die Zunge geworden. Das ist wirklich die Rentner, Eidit. Jetzt gleich noch Rollator-Rentner. Ja, Mann. Bingo-Abend. Bingo-Abend. Na, you won't be hearing from him no more. But what about that other thing? Alright, cool. Look, send it over, we'll get right on you. My man. Jawohl, bestanden. Also das war so eine ganz merkwürdige Mission. Wir hätten ja die ganze Zeit schon die Hauptmission machen können. Ach so, ja, dann lass die einfach mal durchziehen, glaube ich. Also glaube ich. Ich glaube, das F war schon die ganze Zeit da, oder? Live-Chat kann man, muss man, muss man immer diese Mini-Mission machen, um eine Hauptmission zu machen, oder kann man die ganze Zeit die Hauptmission machen? Vielleicht wisst ihr das ja in Live-Chat. Daniela, Krause, Dankeschön. Bei mir wurde gar kein F angezeigt. Also ich weiß nicht wo. F in den Chat. Nee, das ist, weil Max der CEO ist. Aha. Deswegen wird es nur bei ihm angezeigt. Chefsache. Das ist halt einfach Chefsache, Digga. Nee, denke ich, die ganze Zeit wird angezeigt, F. Okay, dann schauen wir gleich mal auf das nächste F auf der Karte. Gucken wir mal gleich. Wenn kein F ist, dann müssen wir das erst wieder Vorbereitungsmission machen müssen. Boah, ich bin ja wieder zehn Stunden im Loading-Screen, Alter. Ja, bei mir auch. Wird geladen. Wird geladen. Wer geht das denn? Ach, jetzt. Ui. Ach, der alte Spiel kriegt nix gebacken. So, okay. Wir haben die Mission erledigt. Ich guck jetzt mal auf der Karte. Also ich sehe hier so ein S und ein G auf der Karte. Simeon. Simeon, danke für die Donation. Ich habe sie wirklich nicht gesehen. Simeon, Gerät müsste sein. Die siehst du aber auch. Ja, aber gut, wenn du die auch siehst, dann ist es ja nicht eine der Hauptmissionen, oder? Nee, nee. Das hat wahrscheinlich dann nix mit dem Update jetzt zu tun. Doch, doch, doch. Ach so. Die F-Mission meinst du aber? Ja, ja. Weil, guck mal. Hier ist ja noch dieses S und G auf der Karte und das ist ja auch so gelb. Hat das was damit zu tun? Nee, nee, nee. Ach nee, da ist Kontaktmission. Das hat nix damit zu tun. Denke nicht. Ey, warum lädt das denn bei mir die ganze Zeit? Okay, das bedeutet, wir haben es eigentlich richtig gemacht. Wir müssen immer diese Mini-Missionen machen und dann können wir eine Hauptmissionen machen. Und deswegen stand bei der Mini-Mission auch gerade, dass man warten muss, weil man quasi die Hauptmissionen dann wieder machen muss. Ey, gibt's Sinn. Okay. Ich glaube, wir sind wieder in einer anderen Lobby, ne? Ja, kann sein. Ich bin im Blackscreen. Digga, D-King, ziehst du eigentlich noch YouTube durch, oder? Doch, ja. Machst du noch hier den Revi-Kanal? Äh, nee, nee. Den hat meinen Reaction-Kanal. Ah, von ID? Jo. Ja, aber mit Revi fangen wir jetzt auch wieder einen neuen an. Warum machst du den Revi-Kanal nicht mehr? Äh, kannst du dir in Ruhe erzählen. Okay. Oh, jetzt endlich. Frank hat wieder angerufen. Ja, endlich. Ich hab ihn aber weggedrückt, Idiot. Das ist ein Reflex. Ja, das ist echt schlimm. Diese Handy, wenn das Handy klingelt, geht ja dann. Ich seh jetzt hier auch kein F auf der Karte. Ja, ich glaub, wir müssen echt wieder zum Büro, ne Mini-Mission machen und dann dürfen wir wieder ne große. Kai, danke für den Film, war Kuss, Kuss, Kuss. Ey, diese Blackscreens, das ist einfach nur peinlich. Wie kann man denn so ein Spiel programmieren? Ist ja immer noch ein Blackscreen. Ja. Ach, endlich weg. Endlich. Ich frag mich, was das Problem war. So, seh ich ein F? In welcher Lobby bin ich denn? Okay, da einer noch. Ist bei dir irgendwo das F? Nee, nee, nee. Warte, ich hab' ich falsch verstanden. Dann müssen wir, glaub ich, wieder so eine Nebenmission machen, ne? Ja, ja. Sag ich ja. Okay. Immer Nebenmission, dann Hauptmission. Genau. Dann machen wir das doch mal. Aber ich glaub, ihr müsst jetzt auch wieder in eure Lobby wechseln. Ich weiß nicht, wo Stunny ist. Keine Ahnung, Jungs. Aber ich hab' vergessen, wie heißt dieser, äh, dieser Bentley in dem GTA. Wie heißt der? Champion? Daiti? Okay, ich nehm' einfach den Inglis, ist dieser Lambo. Wo ist SU? Ey, ich weiß auch nicht, wo SU ist, ey. Ihr müsst mich jetzt hier nicht fragen, wo die Jungs sind. Keine Ahnung, ich weiß nicht. So, wo bist du denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Ja, Bro, ich bin hier gerade auf dem Weg zu, zu meinem Büro. Bin halt nur, wie schon wieder im Loading-Spring. Boah, das ist, das ist so merkwürdig. Hey, mein Auto ist schon wieder. Och Mann, es wurde wieder umgespawnt. Ja, Daniela Krauser, danke für zwei Euro im Superchat. Vielen Dank. Ich join mal wieder euch. Yes. Ah. Digga, wie lang das lädt, Digga. Was ist denn mit dem Loading-Screen los? Das ist einfach diese ultimative GTA-Experience, weißt du? Ja, das ist schlecht, Alter. Acht Jahre altes Spiel, Loading-Screen, immer noch. Ja. Das ist ein Zeichen. Boah, ich weiß nicht. Ich brauche dir keine Videos mehr. Boah, Ghost-Ut, Alter. Keine Ahnung. Der Schwache, der macht ja gerade seinen GTA-P-Server. Die Winkel macht der. Haben die bei dir eigentlich den Hintergrund wieder ausgetauscht? Die Monitore, hast du eine andere jetzt? Äh, nee. Noch nicht? Oder wurde nur der eine ausgetauscht? Weil jetzt mein Controller runtergefallen hat. Okay, Jungs. Ich bin auch wieder im Lobby. Da war so ein bisschen, wie soll ich sagen, da hat so ein kleines Stück, äh, so ein kleines Stück Dämmmaterial hat irgendwie hinter, hinter dieser Monitorband gefehlt. Weil das ist ja quasi direkt, das Dachgebäck kommt dann schon. Und, ähm, äh, da hat so ein kleines Stück, äh, Glasfaserwolle gefehlt, diese Dämmmaterial. Ja. Und wenn's draußen kalt wird, dann wird ja ne Kältebrücke entstehen. Das ist ja dann quasi draußen Kälte, interim Wärme, dann entsteht ja Wasser, Kondenswasser. Mhm. Und das Wasser wird ja dann auf Dauer das, äh, Gepäck angreifen. Deswegen mussten die Monitore abgehangen werden. Und dann quasi neue, so ein neue, irgendwie so ein kleines Stück, so ein, auf ein Quadratmeter war, dass man einfach kein Dämmmaterial da war. Von den Vorbesitzern noch, vom Haus. Keine Ahnung, was die da gemacht haben. Und das hab ich halt fixen müssen. Aber der Monitor, der eine ist immer noch kaputt. Hast du da nicht Garantie? Ja, aber, ach, Digga, dieses Monitor ist ein Thema. Das Problem ist, ich erreiche diesen einen Techniker nicht mehr, der mir das gemacht hat. Der meldet sich einfach nicht mehr, ich weiß nicht warum. Und der hat das von der Firma geholt. Und ich weiß halt auch nicht, wo der das geholt hat, das Problem. Boah, das ist belastend. Das Ding ist, ich seh hier grad nur einen Franklin-Take. Und bei mir seh ich's nicht. Das bedeutet aber, wir machen das richtig, wenn hier diese Zwischensequenzen kommen. Diese Hackerinnen und Franklin sitzen da grad am PC. Wo, komm ich bei dir? Was wollen die hacken, mecken? Keine Ahnung. So, Daniela Krause. Oh, wir müssen gleich ins FIP einbrechen. Willkommen. Nein. Oh, das ist eine dieser fetten Missionen, hoffentlich. Ja, wir müssen ins FIP einbrechen. Jetzt seh ich die Szene. Let's go, geil. Warum sieht dein Charakter so aus, als wären die Augen tote einfach? Er ist einfach blind. Ja. Okay, so. Es ist ziemlich schlecht. Wie ist es? Das Telefon hat ein paar extra Sicherheit, um den remoteen Access zu verhindern. Das ist cool, bis du es verletzt hast. Und es ist eine große Schmerz in der Arsch. Es ist ein Feuerwerk. Kein Weg, kein Weg, kein Weg, um es zu schrauben. Also, du sagst, wir haben nichts. Wir haben eine Sache, aber... Es ist wie ein High-Key-Radical. Ja, Franklin sieht richtig ernst aus, ne? Der ist richtig so erwachsen geworden, mit Bart und so. Sehr Hund. Lennart Seidorf, danke für einen Euro. Vielen Dank. Oh, irgendwas stimmt mit... Nein! Das stimmt... Bei mir ist Lamar jetzt erst. Bei mir... Da stimmt was mit Job nicht, Digga. Oh, ist es die Szene? Hier wurde ein bisschen gespoilert. Oh, der hat das Gras gegessen. Nein! Der Hund hat das Gras und Lamar gegessen. Der Hund ist High, der stoned. Aber bei mir ist das noch nicht. Alter, war auch ein bisschen Tierquälerei. Der Arme Hund weiß ja gar nicht, was abgeht, ey. Da ist er ja. Jetzt sehe ich ihn auch. Okay. Komm her, boi. He old. Komm her. See, dog. Komm her, boi. You all over the place, man. Was hatin', Chop? Man, I don't like the look at this. Wait a minute. Chop, you worrying us, dog? Man, that dog high as fuck. I can tell. It's all in the eyes, man. 100% purebred, satisfied LD Organics customer right there. Chop, what the fuck I tell you about eating weed? Ja, Leute, wir müssen jetzt das FIB überfallen. Das wird übelst krass. Oh, der Arme. Also, ich sehe den auch, der Chop. Der Arme, Alter. Digger, wie die den wegtreiben sollen. Okay, perfekt. Wir wissen, was zu tun ist. Ja, bei mir dauert's, glaube ich, noch eine Minute, weil die Katze... Alles gut, ich glaube, ich muss hier eher... Letzten Sie da ein, deine Organisation? Ach, ihr seid gar nicht mehr drin? Ich schon, ich schon. Jetzt ist er bei dir in eine andere Lobby. Meine Freunde. Okay, ich habe euch eingegangen. Alter, armer Chop, Junge. Okay, wir gehen mal hier hin. Ich kann nicht hinten vorbei drauf. Ey, Leute, schau mal. Jetzt stehen hier diese Golfschläger. Weil wir gerade die Golfmissionen haben, jetzt stehen hier so Golfschläger im Büro. Alter, okay, cool, okay. Also, ich denke mal, es werden noch ein paar Missionen sein, dass das hier alles mal gefüllt ist. So, dann setzen wir uns hier hin. Und dann geht's weiter, Leute. Ey, wir haben jetzt auch die VIP-Aufträge. Geil. Oh, nice. Geil, geil, geil. Aber jetzt werde ich hier gerade wieder zugelaufen. Oh, kann man den Shop hier irgendwo finden im Büro? Warte, warte, USB-Stick. Okay, wir müssen ins FIB-Gebäude einbrechen und dann den USB-Stick von der Hackerin da in den Serverschrank stecken. Okay. Das ist bestimmt eine geile Mission. Ja, das wird krass. Aber ich wünsche mir auch mal so neue Orte, weil ich glaube, die werden das wieder recyceln, dieses alte FIB-Büro vom Story-Modus. Ja, klar, der gibt es schon als Interieur, ne? Ja, aber man kann ja noch ein paar andere Etagen hinzufügen. Das ist ja ein Riesengebäude. Ja, vielleicht gibt es das ja jetzt. Mal gucken. VIP-Aufträge, okay, Jungs. Oh, ey, mit jeder Mission, die wir machen, kriegst du hier ein neues Artefakt auf diesem Regal. Ja, klar. Jetzt ist da Whisky. Also, dass hier der Status ausstehen, infiltriere das FIB-Hauptquartier für Schampendaten, die zu Dr. Trace' gestohlenen Handy führen können. Okay, okay, wir starten den Hasen. Einfach nur, um Dr. Trace' Handy zu finden, brechen wir ins FIB. Junge, ich kann Dr. Trace' Handy ganz easy finden. Einfach Apple Find My aktivieren und los geht's. Ja, das ist aber echt so, ne? Ja, das ist der andere, der sein Handy verliert. Du bist oben jetzt mit dem Bekommter. Ah ja, genau, Berkant ist bei mir im ID auch. Ja, ich bin auch. Ich bin unter. Ja, dann, äh... Wie viele passen hier rein? Ah, das ist ja wohl nicht ein Dreisitzer, da ist er am Platz. Ja. Erstmal mit Rotorblättern. Erwischen. Okay, let's go. So. Uh, hier ist Champagner. Ah, könnte man sich... Ich gönne mir natürlich hier Champagner, Max. So. Oh. So, Champagner trinken. Ich denke mal, wir werden das Dach einpischen. Lass uns mal ein paar Gläser trinken. Von der Mission. Mh, mh. Tja, ey, mein Dicke. Ich bin jetzt schon rausgestrinken. Dicke. Oh, oh. Alarm. Alarm. Der Wideralarm ist jetzt schon... Alarm. Oh, man kann nicht eintrechen. Doch, jetzt. Okay, wir schneiden das Dach auf. Yes. Wir klauen die... Allerdings muss das Goldmins 100 Kilogramm. Nein, in die Olga. Verlegt euch, wie krank das wäre, wenn in echt in ein FIB-Gebäude mit Helikopter eingebrochen werden würde. Das wäre so ein Ding, Alter. Das wäre so ein Jahrhundert. So, welche Waffe haben wir? Alibob Marley. Schweres Gewehr. Okay, Jungs, komm. Let's go, let's go, let's go. Wir müssen erstmal den Kommunikationsraum lokalisieren. Wo ist der Kommunikationsraum? Das hier sieht wie ein Kommunikationsraum aus. Ach, der ist doch hier, oder? Das ist doch dieser typische... Warte mal kurz, da komme ich gar nicht rein. Ah, nee, der war da hinten. Warte, ich glaube, der Brixen, der Dixen, findet das gerade. Da ist er. Der ist nicht Brixen, sondern der ist Verkant. Wer kann? Der Brixen. Warum ist da ein X? Ah, jetzt darf ich wollen mir die Haftbombe. Okay. Achtung, Dicking, weg von Haftbombe. Vier Sterne. Okay, vorrücken, vorrücken. Einbrechen. Komm, gucke ich hier nicht rein. Ist das für die Tür? Äh. Was? Warte hier am PC. Okay, ich mache das hier mit der Software gerade. Äh. Also, was muss... Ich bin... Ich bin random an den PC gegangen. Okay, perfekt, perfekt. Also, gerade passiert noch nichts. Ach, ich muss warten, ne? Nee, du musst... Jemand muss auf den anderen Piz, oder? Äh, nein, Bro. Das ist bei dir auf der Seite. Auf der anderen Seite geht nichts. Ach, das war ja... Oh, okay. Wir müssen jetzt warten. Das ist jetzt so eine Mission, wo wir uns verteidigen müssen. Ähm. Ach so. Wir müssen jetzt die Basis verteidigen. Okay, Jungs, es werden hier einige Gegner kommen. Geht am besten hier mit, äh... Hier so hinter. Ja, ich gehe... Ach so, die kommen, die kommen, da kommen sie. Ah, nee. Ich gehe hier an die Wand. Da kommen sie. Okay, let's go. Alles auf die Tür ballern. Alles auf die Tür ballern. Links auch. Kommen die auch von hinter uns? Ey, wenn das passiert, dann... Nein, ich muss nachladen. Hier kommt. Aim, 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 aim. Die kommen von links, die kommen auch von links. Ja. Also ich kümmere mich um die rechts, die von der Tür kommen, weil... Ich habe auf links keine Sicht. Ja, ist gut, ist gut. Wir müssen aufteilen. Rechts kommt gerade gar nichts. Ich werfe da einfach schon mal Rauch hin, dann müssen die ja die ganze Zeit husten. Ja, Mann. Ich habe hier eine Tür in Sicht. Wie lange braucht die denn, um die Software... Jetzt glaube ich kommen von meiner Seite aus viele. Ich glaube, ich habe das Gefühl, da kommen gleich... Ich glaube, rechts kommen, es kommen, glaube ich, überall viele. Ja. Ja, ja, okay. Die laufen einfach voll in die Luft. Oh, jo. Warum nehmen wir nicht Minigun, Alter? Schade. Hey, wir haben das gar nicht. Ich mache das jetzt hier im Touren-Style, Alter. Ach, du hast eine Minigun? Warum habe ich denn keine? So. Wer sich jetzt hier mit Touren anlegen wollen... Äh, ich glaube, wir können jetzt zurück. Ah, Achtung, der Nebel. Ja, 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 Max, wenn du jetzt verreckst. So, ich gehe jetzt zum PC, weil ich glaube, die Software wird ready sein. Ein paar Sekunden. Ja, dann check mal, wir geben dir Deckung. Ist es fertig? Ja. Nein? Ach, nö, irgendwas meint, die ist ein Problem. Ach, jemand hat die Handy-Backup-Dateien von Dr. Dre schon öfter geklaut. Ah, okay. So, jetzt muss ich die Festplatte klauen. Wo ist die? Ich habe sie schon. Hast du? Okay, sehr gut. So. Ja, aber warte. Dann müssen wir jetzt raus. Wir müssen einfach nur noch raus. Ich glaube, wir müssen jetzt... Oh, das wird wie im Story-Modus. Man muss nicht nach unten arbeiten und dann, glaube ich, mit Falschem rausspringen. Ja, ich glaube, das wird sehr, sehr dicke Action werden. Jetzt ist es schwierig. Da sind so viele. Ja, jetzt können wir hoch den Helikopter nehmen oder ist der weg? Leute, ich brauche Support. Hier, bei mir, bei mir, bei mir. Okay, ich habe sie, ich habe sie. Meine Panzerung ist langsam weg. Schüttel die Cops an. Oh, kann ich hier rauf? Ich muss hier rauf. Ich will auf den Helikopter. Okay, kommt hoch, kommt hoch. Yeah. Oh, Junge, was haben die für ein Aim? Was haben die für ein Aim? Ey, ID-Zock, du hast die Ladung. Darf sie nicht sterben. Gib ID-Zock Deck und schieß auf die Helis. Ja, aber die Helis, Junge. Ich bin gleich oben mit der Leiter. Okay, halbe Leben. Ich habe wieder halbe Leben. Oh, okay. Ab in den Helikopter, Leute. Rein in den Helikopter. Okay, komm, komm, komm. Okay, ich bin Pilot. Bergkant, rein da. Bergkant, komm rein. Brixen. Brixen, komm rein. Brixen, einsteigen. Brixen, einsteigen. Ich teste mal. Okay, ich muss mich von den Helikoptern fernhalten, wenn da welche sind. Na, Vorsicht, da kommt welche. Ui, ui, ui. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Uuuh. Uuf. Uuf. Schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du. War knapp, war knapp. Geil, Alter. Aber das ist eine coole Mission. Ja. Hätte meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr Schießerei sein können, aber ist ja auch erst... Oh, ein bisschen was... Was? Wer hat uns erkannt? Wo? Jetzt werden wir schon wieder... Oh, Junge, Alter. Hä, das ist so unlogisch. Mensch, ID, Mann, Alter. Ich flieg hier weg. So. Gib dir doch mal Mühe beim Fliegen, ID, Zuck. Jetzt, guck mal, ich bin unsichtbar. So. Ah, du darfst nicht schießen. Ja, du darfst doch nicht schießen. Das macht Krach. Wer schießt denn da? Das macht Krach, dann wissen die, wo wir sind. Wer hat jetzt gerade... Das war doch Brixen gerade. Ja, Brixen. Ja, ey, Berghand lost, Alter. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen unsichtbar. So, ich lande jetzt gleich mal hier auf diesem Berg. Ja, wir wollen da entkommen und er denkt erst mal, ich schieße ihn rum. Ja, ich versuche mal unsichtbar zu bleiben auf dem Berg. Wow. Flieg doch, flieg doch. Ja, 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 ich guck ja, wo die Helikopter sind. Die spawnen ja immer. Die spawnen ja immer so. Ich guck, wo die spawnen. Ich guck, wo die spawnen. Auch die Polizei, die Cops muss ich versuchen zu entkommen. Oh, von rechts kommt wieder noch einer. Rechts kommt direkt einer. Gleich, gleich haben wir es, gleich haben wir es. Ja, haben wir gleich. Oh, da kommt noch einer. So, das war D-King, der gerade geschossen hat. Haha. D-King? Ja, von links, Berghand sitzt rechts. Der arme Berghand, Digga. Ey, Digga, D-King hier ganz ruhig, weil der wieder scheiße gebaut hat. Oh, Junge, da kommt... Ja, yes, 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 yes. D-King hat festgestellt, dass D-King das war. Ey, Erik, hast du gut gemacht. D-King ist wieder scheiße gebaut. Guck mal, Berghand schreibt sogar rein. Sorry. Er schreibt sogar, sorry, Digga, du weißt es. Junge, D-King, Alter. Ja, ja, Berghand, du hast dann... Das war einfach nur wieder die Scheiße, die D-King gebaut hat. Ja. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert. Warum kriegen wir die ganze Zeit Sterne? Er macht hier Krach. Ja, Digga. So. Jetzt zur Agentur. Also, D-King ist wirklich so ziemlich der letzte Mensch, mit dem ich so einen Überfall mache. FIB-Gebäude erst mal aus 10 Meter Höhe aus dem Heli springen. Oh, warte mal ganz kurz, verdammt. Oh, Mann. Ja, die Mission war schon chillig. Aber war noch nicht so viel neuer Content, muss ich sagen. Vom Feeling her. Ich warte so auf neue Inneneinrichtungen. Weil, das wäre halt geil, weil dann kann man die auch mit so GTA 5 Mods hinzufügen, so coole Storys machen. Es tut mir leid, Leute, dass ich geschossen habe. Ja, alles cool. Wir haben es ja jetzt gepackt. Muss ich jetzt auf dem Dach landen oder... Hier, ne, auf dem Dach. Ja. Nee. Nee, 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 nee. Okay, wir müssen hier runter. Dann aussteigen. Okay, voll dumm. Alle rein hier. Max müsste auch idealerweise irgendwie rein. Ey, du kannst einfach geh rein, dann haben wir bestanden. Jo. Oh, mein Rücken hat geknackt. Oh, ich werde alt. Oh, mein Rücken hat geknackt. Franklin gönnt sich. Das war einfach die kürzeste Cutscene, die ich gesehen habe. So. Wo seid ihr, Leute? Wir sind unten. Achso, ihr hattet nicht die kleine Mini-Cutscene, die drei Sekunden hier gehen. So. Wir müssen ja eh gleich wieder alle reingehen, damit die nächste startet. Ich frage mich, wo Max Linn ist. Ja, Max telefoniert gerade. Leute, sorry, wichtiger Anruf, Anwalt anrufen, musst du kurz was werden. Okay, okay. Ich habe es abgegeben. Da war nur drei Sekunden Cutscene, wie Franklin gesagt hat. Nice shit. Und ja, das war es. Der hat sich ja richtig gefreut. Leute, habt ihr auch gerade die Cutscene gesehen im Stream? Nee, leider nicht. Hat man sie nicht gesehen. Ah. Okay. Der hat sich aber eine gesmoked. Also. Äh, so. Äh, lädst du uns in die, deine Dingens ein, dann einfach? Ja, klar. Wolltest du doch auch direkt hier ins Büro einladen? Ja, oder wir können auch unten warten. Ja, ich warte mal, ich nehme einfach kurz die Mission an. Ihr könnt doch auch alleine ins Büro reinkommen. Nee. Wer kann das hier drin? Ich kann nur bei dir klingeln. Warte, dann klingel ich mal. Ich nehme jetzt hier erstmal die Mission an. Warte auf Erlaubnis von In-Space-Monkey. Nee, In-Sense-Space- Ach, Junge, ich habe den Namen die ganze Zeit voll falsch ausge... In-Sense-Base-Monkey. Vielleicht kann ich euch mal irgendwann erzählen, was mir ein Anwalt ist. Jetzt gerade kann ich das überdrehen stehen. Äh, okay, jetzt kann ich hier wieder so einen Mini-Auftrag, den Security-Auftrag machen. Oder warte mal, ich gucke mal auf die Karte. Jetzt wird mir da immer Social-Karte. Was wird denn da angezeigt? So drei Sachen, oder? Ja, auch so drei Sachen, so Mini-Missionen. Die gerade eben, wo man irgendwas abkommt. Und eine F-Mission wird dir noch nicht angezeigt. Ja, das gucke ich ja gerade auf der Karte. Ey, Digga. Wie kann man denn hier, äh, quasi aus dem Gebäude die Karte rausgucken? Nicht Spam, leider. Da öffnet sich immer mein Social-Kart-Menü irgendwie. Äh, warte. Oh, ich gucke kurz aber mal... Ah, das wird die F-Mission gar nicht sehen. Ich gucke kurz mal, ob draußen mir eine F-Mission angezeigt wird. Ansonsten machen wir die Mini-Mission. Äh, aufs... Machen wir einfach mal aufs Dach. Warte, ich habe gerade eine Agentur-Konferenz. Ich werde von Franklin und der... Nee, 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 nee. Lad uns ein, dann kriegen wir die mit. Nee, das ist nur ein Anruf, Digga. Ah. Also ein Telefon. Habt ihr es auch weggegeben? Ich dachte, man setzt sich jetzt an diesen Tisch-Raum. Nee, nee, warte, warte. Ich sehe kein F auf der Karte. Müssen wir entscheiden, Mini-Missionen noch machen. Hm, das bedeutet, es wird wieder Zeit für eine Mini-Mission. Ja, 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 okay. Mini-Mission. Cine-Mini. Cine-Mini. Okay, let's go. Startet euch dann gleich wieder ein. Ja. Ja, gut, weil du die Missionen eh startest, dann... Ja, Ausrüstung von Organisationen... Nee, warte, Organisationen transportiert. Ich glaube, weil wir in deiner Organisation sind, startet es eh mit uns. Ja, ja, startet jetzt eh Autobotsch. LD ist das nicht normal. Ja, kann sein, aber das sind wir... Oh, hä, jetzt... Jetzt geht auch wieder ein DLP-Auftrag, weil ich gerade angerufen wurde. Ja, voll gut. Ja, nice. Können wir da einen großen Auftrag machen. War gut, dass wir gerade noch mal gewartet haben, oder? Nightlight, wie cool ist das? Geil, der. Das ist von oben nach Hunden machen, oder? Ja, ich würde auch sagen, Nightlight... Warte mal. Der DLP-Auftrag, das besteht aus drei Parts. Nightlight-League heißt Society League. South-Central League. Ja, okay. Fang einfach mal... Fang einfach mal am obersten an. Mhm. Leute, wie gesagt, nicht spammen, ne? Sonst... Okay, komm, starten. Jetzt bekommt man noch eine Million als Belohnung. Jetzt wird der Hase interessant. Jetzt wird hier erst richtig interessant, Leute. Okay. Okay, und wie gesagt, erst mal warten, dann fangen wir mal zusammen. Du musst jetzt losgehen. Ermittlung, der Nachtclub. Wir fahren natürlich hier wieder mit unserem Panzerwagen, Leute. Wir geben dich zum Nachtclub. Joa, machen wir mal. Seid ihr ready? Warte mal kurz. Los, Max. Ja, ich hole doch auf mein Auto, ich hole mal in den Bus. Robert, ist das dein, Lamborghini da? Äh, ja, ja. Weiß ich nicht, ob das so gut passt, ne? Ah, weiß ich nicht, Dicker. Ist experimentell. Das ist so, äh, Bum-Bum-Eis. Bum-Bum-Eis. Nein, das ist so richtig, äh, 6ix-9-Lamborghini. 6ix-9? Aber es sieht halt einfach aus wie... Oh, das sieht man gar nicht. Es sieht aus wie mein T-Shirt von den Farben. Das weiß ich immer an. Das ist ein Cremex-Shirt. Echt? Das blaue und pink. Ja, das blaue und pink ist doch geil. Ja, ich hab Perleffekt auch pink gemacht, so. Und, äh, dieses Decal gemacht. Naja. Man muss sich dann gewöhnen. Also, ich, ich hab's, äh, nichts anderes... Nein, da war man sich nicht schlecht. Das ist mir auch ein bisschen zu sehr Bum-Bum-Eis, aber... Ja. Ich find die Front sieht's okay, also, ja. Wäre nice, wenn man noch ein bisschen diese, diese Decals in eine etwas andere Farbe machen könnte. So dunkelblau oder so, dann wäre schon ein bisschen royal. Aber ja. So, begib dich zum Nachtclub. Ah, das ist dein Wagen, Max, ne? Der da vorne fährt. Oh! Junge, Alter, du hast noch gebrake-checkt. Wo ist der Kahn? Nee, nee, Digga. Nee, so nicht, Alter. So nicht. Kannst du vergessen, Junge. Ah, nein. Kannst du vergessen, Alter. Ja, ich weiß schon, der wird's gleich nochmal abholen, ne? Ich seh schon. Ich seh die ganzen Ölmin. Jo, nein. Alter, was haben wir für'n Spread? Die haben voll den großen, äh, Radius. Oh mein Gott. Boah, Junge, Alter. Du hast Glück gehabt. Oh, Junge. Ey. Er brettert wieder gegen die Wand. Ey, das ist so lustig, diese Ölmin. Ey, ich muss halt jetzt einfach am Fußgängerweg fahren, weil ich keinen Bock hab, davon erwischt zu werden. Aber der ist so schnell. Ups. Ey, Junge, das ist doch nicht möglich. Der kann sich reagieren. Polizei verfolgt dich, oder? Ah. Officer Daking. So, Jungs. Rein da. Reinstürmen, rein stürmen. Rein da, rein da, rein da, rein da. Es stürmt hier mal, Alter. Let's go. Wir sind auswander. Oh, das zieht nach nem neuen Raum, oder? So, Idioten, weg mit denen. Alle wegkloppen hier. Ich seh hier niemanden. Weil die alle schon tot sind, wenn wir da sind. Ja, die werden gekleppt, die Idioten. Ist das ein neuer Ort, oder ist das Recycle von diesem Nachtclub? Ja, das ist ja Nachtclub, stimmt. Ich war hier noch nie drin. Ich bin die Überwachungsaufnahme. Ja, das ist, das ist recyceltes Interieur. Bist du denn hier hochgekommen, Digga? Ich glaub da. Oh, guck dort, die Tür ist ja geil. Ey, du musst da irgendwie drauf, ey, klettern. So, wo sind die Leute? Ihr habt keine Ahnung, ob das hier Gegner sind. Ich glaub mal schon. Von denen. Hier oben, bringt's ja auch. Holy moly, Alter. Die haben mich... Oh, 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 oh. Ich hab 0,000 Leben. Wo waren nochmal Snacks? M. M und A. M, ja, ich zock mit Controller. Controller. Kannst ja trotzdem M drücken. Okay, warte. Hinter uns, hinter uns. Finde Überwachungsaufnahmen. Ich glaub, die sind oben im Büro. Da muss man einfach hochgehen. Ne, hier ist nix. Warte, ich bin ja jetzt hier im CEO-Bereich. Ich glaub, hier ist ja der PC. Ja. Ja, perfekt. Also in diesen Nachtclubs hab ich mich immer verdorfen. Das hab ich nie durchgesehen. Ja. Ach, das war's. Jetzt musst du einfach Nachtclub verlassen. Das war's jetzt hier. Das war jetzt aber nicht diese Franklin-Mission, ne? Doch, doch, doch. Das war... Aber die besteht aus drei Parts. Jetzt ist hier schon wieder lang, ey. Ich verlaufe die Thema. Aber ich muss sagen, ich find die ein bisschen unkreativ. Also... Es ist ja immer, hol das ab, fahr da hin. Ja, also bis jetzt... Also die Mission, die wir bis jetzt gemacht haben, waren noch nicht krass. Also die FIB war schon... Ja, die war schon okay, muss ich sagen. Die FIB war okay, aber könnte, finde ich, noch ein bisschen mehr Action-Maction sein. D-King raus aus meinem Auto. Boah, das nervt, dass man nicht so schnell laufen kann, ne? Du bist ja immer in diesem Stealth-Modus. Äh. Ähm. Oh, oh, wir werden verfolgt. Also so bisher von dem, was ich gesehen hab, geb ich den DLC erstmal eine 6 von 10. Wenn noch geilere Sachen kommen, dann halt mehr, ne? Ja, also ich find Items und so, und was man kaufen kann, find ich geil. Die Autos auch cool, ja. Mission bis jetzt, ja... Mit Golfplatz fand ich ganz lustig mit dem Golfplatz. Ja, das war die... Das war... Das war so kreativ. Wo fährst du lang? Nee, so geile Mission, ne? Beim letzten Mal waren wir, glaub ich, auch nicht so krasse Mission. Ey, ey, warte, Max, wo fährst du denn lang? Ach, da, okay. Ja, beim Tuners DLC war aber so geil, weil du hattest diesen Platz, ne? Den du besucht hast. Und da hast du diese Rennen gehabt. Diese ultra-klassischen Rennen. Fasten-Furious-Fahrzeuge. Da gab's ne Garage. Wo du Testrennen machen konntest. Tuning-Treff. Aber da fand ich die Mission auch nicht toll bei dem Tuning DLC. Sag ich dir ja... Nee, nee, nee. Das waren auch so Standard-Missionen. Aber... Och nee, da fliegt oben wieder so ne Hydra. Hoffentlich trifft uns ne Rakete, weil ich bin gepanzert. Hehe. Halt euch mal erstmal wall-right. Und? Ja, das Heli, aber der kann uns nicht anschießen, weil ich hab diese... Nein! Aber wo wird es gestopft? Der hat mich geholt, der hat mich geholt. Egal, ich hab das genommen. Ich hab aufgenommen, die Ware von dir. Oh, mein Lambo. Egal, versuch gleich einfach abzuschießen, der bumm mich wieder. Oh nein, das war unnötig. Egal, das ist ne eh gepanzert. Alles entspannt. Es ist doch so, die müssen doch die Versicherungskosten bezahlen immer, ne? Wenn die ein Auto zerstören. Wie viel Geld müssen die denn haben? Warte, ich knall den jetzt mal ab, wer auch immer das ist. Ich verabschiede dich. Das ist nämlich das Ding, wenn man diese Anti-Lenk-Raketen-Wing reingetont hat. Weil der hat keinen Aang. Ah! Also man kann ihn nicht anvisieren. So, sollen wir jetzt zur nächsten F-Mission? Ja, ich warte mal. Wir gehen gerade erstmal wieder rein. Wieder Black Screen. Ich hoffe, es gibt sowas. Gerade vorgegangen. Ja. Ich weiß halt jetzt nicht, ob jetzt schon ne F-Mission kommt, weil es hat eigentlich gerade aus drei Parts bestanden. Oh, hier ist wieder Franklin zu sehen. Okay. Einfach nur nice gesagt. Genau. Äh. Ja, ist jetzt die Frage. Muss ich jetzt wieder am PC, oder? Das war doch auf der Map, oder nicht? Warte mal, ich geh mal kurz am Computer, mal gucken, ob da was geht. Ansonsten müssen wir das wieder raus. Boah. Ja, er schießt schon wieder Raketen. Ah, Junge. Das macht ihn Spaß. Wir können hier direkt weitermachen. Hä? Aber das haben wir doch gerade eben schon den Nightlife-Lieb gemacht. Hä? Das haben wir doch gerade eben schon gemacht. Jetzt können wir es hier nur noch starten. Junge. Tank this, Junge. Zack, zack, zack. Ich hab den fertig gemacht, Alter. Schade, das ID zurückzuschreiben mit anderen Spielern. Hey, Junge. Macht auch richtig Spaß, Alter. Ich geh mal kurz wieder, mach mal wieder kurz zu 17. Röchel. Ja. Nee, Alter. Nee. Mach bitte eine Mission. Die fangen jetzt echt an zu nerven. Ja, man muss auf Franklin warten. Warte. Lol. Ey, wie cool ist das gemacht? Man sieht hier wirklich, was draußen abgeht. Das ist einfach Modern Warfare. Warte, ich geh kurz aufs Dach und dann. Bro, du kannst gar nichts mehr machen. Nee. Das sind so diese Leute, die sich einfach kein neues Spiel leisten können und einfach auf COD tun wollen. Nein, das sind die Leute, die jetzt extra abfucken wollen. Boah, was ID-Tock da sagt, Leute. Ja, ich meine, das Spiel ist acht Jahre alt, ne? Wer das immer noch macht, dieses Griefen. Kann mal irgendjemand den Tupen bitte wegknallen? So, ich hab jetzt hier meine Champion rausgeholt. Wo ist der kleine Hund? So. Ich muss, äh... Wo ist das Auto? Alter. Ich hab da auch mal Lenkraketen ab. Ja, ich hab keine Lenkraketen, aber... Warte, hab ich, aber... Mein Aim ist auch ganz okay, dass ich das auch ohne packe. Jetzt hab ich einen Stern. Ernsthaft, so viele Kops bei einem Stern? Ernsthaft, die wollen halt einfach sich battlen mit uns, ne? Naja. Wahrscheinlich auch wieder Stream-Snaper. Egal, ich hab ihn gekillt, glaub ich. Oder? Ja, jeder lebt noch. Ey, was ist das für ein Wagen? Kannst du die Mission starten? Ja, nee, nee, Bro. Es ist, äh, ich... Warte mal, ich geh noch mal an den PC, aber es hieß gerade, ich muss hier auch... Ist da ein F irgendwo? Ey, Berkan, kannst du noch mal kurz schreiben? Gerade eben, also Berkan hat mir... Hat halt gerade geschrieben, ich soll warten bis Sting, Franklin. Ich hab auch keinen F-Card auf der Karte gesehen. Wobei, warte, ich hab auch gerade gar nicht richtig geguckt, weil ich... Du musst... Du musst warten, bis Franklin anrufe für die nächste Mission. Oder du ruchst Franklin an. Wofür haben wir denn seine Nummer? Bro, der Typ, der geht so auf die Nerven. Einfach nicht nerven lassen. Einfach Passiv-Modus machen. Aber geht ja nicht, wenn man in der Organisation ist. Ach, da ist er ja schon wieder. Mann, Junge, fühlst dich echt besonders, Alter. Bei Franklin ist besetzt. Wir müssen warten. Normal draußen... Bro, der fühlt sich so besonders, weil der ein Auto hat mit nem Maschinengewehr. Da muss ich irgendwo draußen warten. Kein Dankeschön für den Fünfer. Kuss, kuss, kuss. Keine F-Mission. Hä? Ich glaub, keine F-Mission mehr kommt. Gar kein Sinn. Gar kein Sinn. Tuning-Duella. Saftig knacktig. Aber, also, was ist denn jetzt, wenn du an den PC gehst? Haben wir da schon alle Sachen gemacht? Ja, Bro, es wird mir nur die Mission von gerade eben nochmal angezeigt. Hä, das sind nur drei Missionen? Ja, ich check das auch nicht. Ich muss jetzt mal... Ich geh mal kurz hier raus und warte mal, bis ich anrufe. Du meinst es ja, das ist ein Dreiteiler. Das, was du jetzt angefangen hast. Ja. Ja, aber der zweite Teil geht nicht. Der ist immer noch verschlossen. Ich kann nur den ersten nochmal. Und wie lange? Warte jetzt, ich werde angerufen. Endlich! Digga, ist das los? Jetzt soll ich zurück zum Office gehen. Nein. Alter, ich muss so kurz raus, dass er mich anruft. Dann sagt er mich so, wie der ins Office geht. GTA-Logic. Das ist die GTA-Logic. MMI. We expect the unexpected. I think we can do that. Ich geh jetzt in meine Garage, hab keinen Bock auf die Griefer. Ja. Ach, so. Okay, jetzt bin ich wieder im Büro, wie Franklin das wollte. Kann ich jetzt hier weitermachen oder was? Oh, das ist dein Wagen. Also der Missionsablauf ist teilweise ein bisschen unlogisch. Ja. Also ich krieg sowieso nicht viel mit, weil du am PC das einzeln, als einziger siehst, aber. Ey, hier sind so geile Felgen in diesen, äh, in dieser Garage. Aber die Felgen in den GTA-Autos sehen überhaupt nicht so aus. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Wird wieder, hast gesagt. Ich glaube, ich mach meine Klima auch an. Ja. Habe ich ja nicht umsonst geholt. Bro, wir, hä? Wir müssen jetzt safe irgendwo hinfahren. Ja, aber. Wir müssen noch, wir müssen das nochmal nightlifen. Also das ist der gleiche Punkt irgendwie, aber das ist irgendwie anders. So. Ja, genau, aber untersuche die Spur beim, beim, also, es ist quasi der gleiche Punkt, aber irgendwie diesmal anders. Ich starte jetzt einfach. Starte einfach. Ich soll das hier so starten. Nicht verfügbar, es kann nur eine Ermittlung aktiv sein. Ach, du hast eine Ermittlung bereits aktiv. Ach, warte, die haben doch gerade noch irgendwas gesagt. Ach, hier. Jetzt. Haps, 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 haps. Haps, haps, haps. Okay, let's go, Leute. We are back. Back again. Yes. Was hast du für ein Klimagerät, Wax? Mitsubishi. Mitsubishi, ja, man. Ich glaube, wir haben vielleicht das Gleiche. Ansaal. Vielleicht. Mitsubishi macht die besten Klimaanlagen. Ja, die sind zwar groß, aber die sind ultra stark, ultra heftig. Also, mein Kältetechniker meinte zu mir, Mitsubishi ist quasi der Mercedes unter den Klimaanlagen. Oder der Rolls Royce. Ist nichts Besseres als Mitsubishi? Weiß nicht. Ich glaube... Nur, dass du sehr beliebt sind, meinte der Klimaanlage. Ich glaube wirklich nicht, nee. Also, LG ist vielleicht, ja, aber Mitsubishi ist tatsächlich, sagen alle, das Beste. Willst du Bischis Maschine? Ja. Okay, jetzt ab zur Yachthafen. Achso, verlasse die Agentur. Ich so, was mache ich da, Alter? Wir machen jetzt eine Yachtparty. Wait a second. Ich bin noch gar nicht draußen. Scheiß auf dich. Wer kann, mach mal ein bisschen langsam da vorne. Wo seid ihr denn? Also, alle, die gerade ein bisschen weit vorne sind, chillt mal ein bisschen. Was wir da zusammen dann hinfahren. Ach, ich klau einfach ein Auto. Oh, verdammt. Komm einfach hinterher, ihr. Ja, ich, äh... Alter, ey, Digga, ihr habt doch hier schon wieder die Minen hingelegt. Das war doch bestimmt schon wieder D-King. D-King hat hier einen abgeseilt auf der Straße. Das ist, D-King hat hier... Eben, da bin ich euch hinterher gefahren. Ich bin lieber gegen gefahren wegen dieser Scheiße. Ja, du fährst auch ein bisschen aggressiv, ne? Nee. So, also bei mir ist noch zwei Kilometer, dann bin ich da mit einem geklauten Schrott-Auto. Der D-King checkt immer noch nicht, dass er mal warten soll. Ach, diese frische Klimaluft. Oh, Junge, lange nicht mehr angemacht. War auch nicht nötig, weil ich nicht gestreamt habe so, aber... Also, es wird schon irgendwann heiß zu dem Stream-Zimmer. Wie viel Watt verbraucht denn? Also, bei mir... Das Ding ist, mein Raum ist ja klein und der PC... Der wird schon warm, ja. Aber ich glaube, deiner verbraucht halt das Dreifache als meiner. Also, meine Heiz... Läger, Heidi, danke. Meine Heiz... Ich bin gerutscht, weil ich auf Öl war. Jo, was wolltest du sagen? Ey! Du kannst direkt nochmal weiterrutschen. Was verbraucht es? Bei mir wird es richtig heiß, vor allem, wenn ich dann noch die Bildsch... Ey, nein, ich bin auch... Ach, hört doch mal auf mit diesen Öl-Dinger, Jungs, ey. Ja, was sollst du denn jetzt sagen? Ja, es wird richtig heiß da immer bei mir, wenn ich hier am Stream bin. Mit Softbox und alles. Und wenn ich die Bildschirme anzunehmen will, dann... Deswegen benutze ich eigentlich fast nur den Winter. Aber du hast zwei PCs gleichzeitig an, ne? Ja. Ah, ja, okay. Dann ist verständlich. Aber die Softboxen... Du hast doch die Elgato Keylights, oder nicht? Ja, weil die werden ja trotzdem warm. So warm jetzt aber auch nicht wie richtige Softboxen. Ja, aber ein bisschen warm. Also, die sind schon Luxus, würde ich sagen. Oh, Junge, die King... Finde das grüne Schnellboot. Oh, die King hat hier richtig einen abgeseilt, Alter. Boah. Junge, der ganze Wasser braun wegen dir, die King. Warte mal, ich muss mal hier... Ich muss mal hier die Taschenlampe nehmen. Ist voll dunkel. Warte mal, hier ist... Hier ist ein... Ey, ey, der Polizist hat was gegen mich. Ey, ich hab doch nur mit einer Taschen... Ich hab doch nur mit einer Taschenlampe auf dich geleuchtet. Chill mal dein Leben, Alter. Ach, in den Missionen ist es, glaube ich, voll egal, wenn wir sterben. Okay, let's go. Yeah. Was war das gerade? Was war da? Ich bin einfach reingefallen. Was? Boah, wir haben uns einfach ein Boot geklaut, um auf eine Jagdparty zu gehen. Ey, übelst nice. Hier, boah, die ist ganz rüttel. Aber ich würd mir bei dem DLC echt so noch ein paar Orte wünschen, die neu sind. So, irgendwas. Ja, das wär cool. Weil... Das ist jetzt alles so recycelt. Ich mein, ja, das hab ich gemerkt schon bei dem damals beim Nachtclub-DLC. Da haben die auch schon ein paar Orte recycelt. Aber jetzt hab ich bisher nicht ein einziges Interieur gesehen, was neu ist. Nichts. Ey, was denn da mit unserer Agentur? Ja, okay, die Agentur ist neu. Aber das ist halt in jedem DLC so. Aber die Missionsinterieurs... Und hier, Bergkant und Daking macht mal so ein bisschen langsam, ja? Weil wir wollen, dass hier das Klima... Also renten wir nicht quasi durch, ja? Ja. Wir wollen halt Rentnertempo machen, ne? Ja, also wir zocken das ja nicht auf Schwitzer-mäßig, sondern damit die Zuschauer auch was sehen, weißt du? Okay, warte. Jetzt hab ich aber ein bisschen Ansprüche, weil da hinten ist erst die Jagd. Das könnte was Neues sein. Ja, vielleicht wird's was Krasses. Also es ist schon sehr weit draußen aufgehend, ne? Ja, das ist fast schon out of bounds. Tschüss, Peggy. Die sieht auf jeden Fall sehr krass beleuchtet aus. Ich glaub, da wohnt Montau. Ey, nachdem, äh, Casino dir. Digga, welcher Mensch... Okay, Monti wird das sehen. Ja. Seine Jacht grün beleuchten. Hä? Suche nach den Koordinaten der Jacht. Digga, wir sehen die Jacht direkt vor uns. Er sagt halt ehrlich, kein Sinn. Ist die grün? Weil grün kannst du eigentlich nicht ausrüsten als LED-Beleuchtung. Ja, das von Monti hier. Ja. Leute, was geht auf meiner Jacht, Alter? Was steht da drauf? SS-Daddy's-Boy. Ja, okay. Das könnte definitiv Monti hier sein. Okay. Okay, bis jetzt lass das Ding hier schlippen. Ne, aber die ist auch recycelt, die Jacht. Okay, jetzt die Mann. Ey, lass mal diese EMP. Die bringt ja gar nichts, ne? Das ist ein Chemo. Achtung, oh mein Gott. Das ist ein Schwein, ne? Oh, Junge. Ich hab einfach gar keinen Aim. Da ist noch einer. So, komm und zeig. Ah, links ist der. Komm und zeig dich, Junge. Hä? Wo ist der? Unten. Ja, okay. Aber das grüne Licht ist schon cool. Boah, Digga. Fast gestürmt gerade. Betritt die Hauptkabine. Findet die Türsteuerung. Ah, hier. Tür ist verriegelt. Hä? Na gut. Komm ich da rauf? Oder nein, es ist eine Sackgasse. Oh, ich hasse diese Jacht. Wie die... Ja, Berkant, hörst du mich, was ich hier sage? Schreibt mal in den Chat, wenn du mich hörst, Berkant. Suche die Jeep... Oh! Ah, okay. Ich bin jetzt drin. Könnt ihr auch reinkommen? Ach, das ist auch recycelt alles. Das ist doch wie bei unserer Yacht. So, ich warte mal auf euch. Oh, boy. Ich mach schon langsam. Ja, aber Bro, so Interaktion, lass das doch ID-Zock und mich machen. Oder so, weißt du, so. Das ist ein bisschen Kacke, so. Lass dich hier die wegfliegen, oder? Seid ihr drin? Ja, okay. Ja. Vorsicht, da hinten ist jemand in der Tür. Äh. Seid ihr, du hast auch noch die Hälfte Leben. Oha, der hat... Wo hat der mich denn getroffen? Ich glaub, hier um die Ecke ist er in der... Wo ist der denn? Oh mein Gott, ich bin fast tot. Wo ist der? Oh mein... Oh, Digger! Ist kein Problem, du kannst ja respawnen. Oh, er hat mich erwischt. Pass auf. Oh nein. Ey, man spawnt einfach auf so einem Jetski außerhalb wieder. Oh, 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 oh. Okay. Boah, Junge, Alter. Deren Schaden ist absolut heftig. Ja, die haben übelst rein, Digger. Finde die Hinweise. Okay, jetzt sollen wir mal die Hinweise finden. Gibt's hier irgendeine Secret Location? Vielleicht im Bad. Es gibt ja ein Bad hier. Ich geh mal dort ins Bad. Ja, natürlich ist es im Bad. Es ist einfach so durchschaubar. Nee, er hat einfach... Er hat einfach studiert. Es ist einfach so durchschaubar. Mach ein Foto von Hinweisen. Ja, nee, weil... Es gibt ja in jedem Versteck irgendwo so einen einzigartigen Ort. Keine Ahnung. Dieses Bad ist einmalig, also... Wo ist denn diese Hinweise? Ja, du hast aber wie so ein Map-Bauer gedacht. Ja, aber das ist schwaches Map-Design. Wenn ich das predikten kann, ist es ziemlich schwach. Nee, jetzt überleg mal, das wird auf irgendeiner Flasche in der Bar stehen oder so. Ach, hier liegen die Sachen. Oh, ich frag mich, was ist das? Sind das die Hinweise? Ja, okay, hast du? Nee, ich frag mich, was für Hinweise die meinen. Also, ich soll hier ein Foto machen? Mach doch ein Foto. Aber von was? Hier ist hier überhaupt nichts, Tass. Komm mal rein. Oh, du bist voll falsch. Hier, ich bin im Bad. Ach, da sind die... Die sind gar nicht im Bad. Die sind vor dem Bad. Oha. Ja, dann... Foto davon. Foto und... Ach, nein, ich wollte es senden. Ich habe es auch in der Galerie ausgesehen. Ich habe es jetzt... Ich habe es jetzt dem Imam geschickt. Okay, Imam. Ja. Eine Frau. Warum habt ihr alle dieses Outfit und ich nicht? Okay, wir kriegen wieder Besuch, Jungs. Oh, wieder von den overpowereden Gegnern. Oh. Ich glaube, das wird jetzt ein richtiger Kampf. Oh, Helikopter. Okay, Lenkraketen ausrüsten. Ich habe keine Munition für Lenkraketen. Doch. Oh mein Gott, sind die stark. Einer hat sich voll gelasert. Passt auf, Jungs. Wow. Wenn die euch mit einer Salve treffen, ist vorbei. Okay, wir haben die gekillt. Verlassen das Gebiet. Ja. Ja, lass mit dem Heli fliegen hier oben. Ja, ist gut wieder. Das wäre so eine richtige Oppressor Mark II Mission, wo du einfach wegfliegen kannst. Jungs, da sind nochmal neue Helis. Ja, ich bin jetzt eingestiegen in den Heli. Darf in den Heli. Rein da, Dicking. Max, wo bist du? Warte, ich komme. Bist du auf dem Boot? Nee, auf dem Jet Ski. Oh, die machen Schaden. Die kommen an. Ja, bis die kommen, so lang hauscht Helis weg. Oh, Junge. Die haben aber absoluten Aim. Absoluten Aim. So, ich muss wieder anbessen. Max, wirst du? Ja, komm, komm, komm. Ready? Ja, flieg mal kurz zurück. Ich muss pinkeln. Wo zurück? So, verlass einfach das Gebiet. Achso, ja. Ich muss auch gleich pinkeln. Ich glaube, wir müssen zu Franklin wieder. Nee, verlass erstmal das Gebiet einfach. Ja, das ist entspannt. Alter, das ist ja einfach... Da ist ein U-Boot, da ist eine Yacht. Also, es wäre schon geil, wenn das so aussieht wie in Monaco oder Abu Dhabi, wenn da so Yachten überall sind, so angereiht, geparkt. So ein kompletter Yacht-Hafen-mäßig, ne? Ja, das wäre übelst geil, so, wo du Yacht-Show-Treffen machen kannst. Weil du kannst ja nicht selber fahren, aber das U-Boot schon. Okay, wir haben es geschafft. So. Krieg einfach zurück jetzt zum Elbeau. Ja, mach ich. Da muss Max aber dann rein. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir das DLC ja heute schon durch irgendwie. Bro, ich muss gegen halb acht weg. Ja, easy. Also, es gibt auch diese schweren Missionen. Schafft man nur zu zweit. Also, die sind ja, glaube ich, nur zu zweit. Ja, es gibt viele Missionen, die sind so... Also, bis zu... Ja, bis zu 20 nach bin ich auf die Kampfsstart. Ja, ich habe Zeit, ne? Also, weil noch gibt es da nichts so, was mich richtig, richtig reizt. Ich dachte, es ist wieder so ein DLC, wo du dir eine Firma aufbaust und dann sammelst du Sachen. Aber weißt du, was mich wundert? Ja. Seit wann kommen DLCs bei denen an einem Mittwoch? Ja, stimmt. Normalerweise kommen die DLCs auch immer am Dienstag. Stimmt, die kommen immer dienstags. Die kommen immer dienstags. Der Trailer kommt Donnerstag, die DLCs am Dienstag. Stimmt. Aber jetzt kam es erst Mittwoch. Merkwürdig, merkwürdig. Okay, ich gehe jetzt auch kurz pinkeln. Dann, wenn Max wieder da ist, dann kann er die nächste Mission starten. Max ist wieder da. Achso, so, so. Ja, ich gehe jetzt auch pinkeln, dann such du mal die nächste Mission. Weißt du, was ich gesagt hätte? Lass uns noch ein Tuning-Duell machen. Ich hätte gesagt, lass vielleicht nächstes Mal nochmal weitermachen und jetzt noch ein Tuning-Duell zum Schluss. Ja, können wir machen. Weil ich glaube, wir haben noch ein bisschen was vor uns und dann würde ich das sogar auf zwei Streams aufteilen, weißt du? Dass wir jetzt noch ein dickes Tuning-Duell machen. Ja, können wir machen. Ich gehe nur kurz auf Toilette, also vielleicht... Dann gehe auf Toilette, lass mit dem Porsche machen oder so. Porsche, den Cayenne, ne? Also den Fista, Astron. Genau, dieser Porsche Cayenne. Okay. Mutes du dich denn jetzt schon oder? Dann lass muten und gleich entmuten, ja. Sag mal eine Uhrzeit aus, ob er fertig sein soll. Zehn Minuten. Zehn Minuten. Also so 18.47, 18.58. Lass, lass einfach bis 19 Uhr. 19 Uhr. Ja, okay, 19 Uhr machen wir. Okay. Alles klar. Jo. Okay, bis gleich. So. Nein, ich habe das gemme. Ich habe das gemme. Oh nein. Wisstavo. Hast du dich. Hast du dich? Okay. Ist doch das. Okay, alright. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde sagen, Freunde, dann gehe ich mal aus dieser Arena raus. So, dann gehen wir mal in meine Dingens rein. In meine Garage. Boah, die Klima, die kältet hier echt ordentlich rein, muss ich sagen. So, okay, ähm, so, wer will Stress hier? Keiner will Stress hier, Leute. Wieder da, ja, Mann, von der Toilette gekommen, wieder da. Ja, also, Freunde, sagt mir mal ehrlich, äh, habt ihr das Formel-1-Rennen gesehen? Habt ihr das Formel-1-Rennen gesehen? Alle, ja, alle jetzt mal kurz jenen Einzelnen, der im Chat ist. Schreibt mal, ja, falls ihr das Finale gesehen habt und nein, falls ihr das Rennen nicht gesehen habt. Würde mich mal interessieren, wie viele von euch Formel-1 geschaut haben, weil ich glaube, das war halt wirklich so riesig durch die Medien gegangen. Ähm, deswegen würde es mich sehr, sehr interessieren. Man könnte eine Abstimmung machen, ne? Das könnte man rein theoretisch machen. Äh, aber ich mach's einfach mal im Live-Chat, damit ich so direkt sehen kann. Ähm, ja. Also, von euch grüße ich alle. So, eine schreibt ja, zwei schreiben ja, also Beate schreibt ja, Daniel ja, Matho-Printer ja, Lyrics ja, ja, Gregor nein, äh, Gegor nein, 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 ich ja, 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 nein, 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 Ja, nein, ich habe es geschaut. Ja, nein, ja, nein, 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 ja. Ich würde sagen, so 55 bis 60 Prozent haben es nicht gesehen. Aber der Rest hat es schon gesehen. Okay, das ist schon mal heftig. Also ich meine, Leute, dass 40 Prozent von euch das wirklich gesehen haben. Das ist schon heftig. Leute, wie war das für euch? Also jetzt mal no joke. Also ich bin absolut komplett ausgerastet. Also wirklich no joke, Leute. Ach so, und übrigens, ihr könnt natürlich euch gerne den Merch sneaken, wenn ihr wollt. Hier mit der ID-Unterschrift oder zum Beispiel auch die Lampe dort im Hintergrund. Die leuchtet gerade nicht, Batterien sind bei mir leer. Aber ihr könnt es auch mit USB anschließen, mit Micro-USB. Und dann könnt ihr es an Strom anschließen und dann leuchtet es immer in perfekter Helligkeit. Aber jetzt nochmal zum Formel 1-Rennen. Das war ja, Leute, das war der absolute Wahnsinn. Ich habe wirklich den Glauben erstmal verloren, so, dass das Rennen hier noch irgendwie sich so wendet. Weil der Mercedes von Hamilton, der war einfach so schnell. Der war einfach weg. Da konntest du auch gar nichts machen. Das fand ich so ernüchternd, muss ich zugeben. Aber dann kam diese Safety-Car-Phase. Also erst die erste, die virtuelle Safety-Car-Phase. Und dann die zweite Safety-Car-Phase. Das zweite Safety-Car. Da dachte ich sofort, Leute, Leute, jetzt wird es real. Jetzt wird es real. Jetzt wird es ernst. Hä, ich tippe und der macht doppeltippen. Warum macht der das? Was soll denn das? Ich tippe und der macht doppelt. So. Also ich fand das so, so heftig, das Rennen. Dieses Finale. Diese letzte Runde. Diese letzte Runde. Boah, Junge, da war Emotion pur. Das war so Gänsehaut. Absolut krass. Absolut krass, muss ich sagen. Wirklich. Nicht mehr normal. Nicht mehr normal. Boah. So. Ich habe mir die Lampe und Pulli gekauft. Danke, Sandra Klinger. Dankeschön. Vielen Dank für den Support. Und Levin Reda, ich grüße dich. Ja, also wenn ihr noch was... Okay, ich weiß nicht, ob es zu Weihnachten noch ankommt. Aber wenn ihr euch trotzdem etwas gönnen wollt, dann würde es mich super freuen, Freunde. Es gibt natürlich auch eine kostenlose Autogrammkarte dazu. Falls es keine Autogrammkarte dazu gab, dann bitte schreibt einen Support. Vielleicht, ich muss ja welche nachliefern, Leute, weil es ist so viel verkauft worden, dass wir wieder Autogrammkarten nachschicken müssen. Und ich habe jetzt ein neues Motiv auch. Das ist jetzt dabei. Und ja, das... Das ballert, sage ich euch, Leute. Das ballert wirklich heftig. So, wir machen aber jetzt das Tuning-Duell gegen Akrymax. Und wir haben jetzt nur noch sieben Minuten Zeit. Deswegen, Leute, wir müssen uns jetzt echt sputen. Machen wir erstmal das hier. So, wir beeilen uns, Leute. Wir könnten gelb machen. Fista, Astron... Ah, nee. Wir müssen irgendwas machen, was wirklich so nach was aussieht. Komm. Ich fahre so eine Design-Linie mit dem hier. Boah, das wird schwer, Leute. Das wird schwer. Das wird so schwer. So. Guter Stream. Dankeschön, dankeschön. Ohne Adventskalender. Ah, super, perfekt. Noch geiler. Ich habe alles gekauft. Ho, äh, Ho, Ri, Issa? Boah. Aber das sagst du jetzt nicht einfach so, ne? Du hast wirklich gekauft. Das ist ja... Das ist krass. Wirklich, Leute, das freut mich extrem. Und das meine ich nicht einfach nur so, weil ich damit vielleicht ein bisschen was verdiene. So. Ich habe sogar extra in einigen Produkten die Provision fast komplett abgegeben. Weil ich finde, sie wären tatsächlich ein bisschen zu teuer, wenn... Meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich bei einigen Produkten echt gesagt, ey, Leute. Komm. Lasst den Preis noch ein bisschen runter machen. Und ich verdiene damit dann nicht so viel. Weil ich möchte halt... Merch soll halt für meine Fans sein. Für meine Zuschauer sein. Und ich finde nicht, dass das meine Haupteinnahmequelle sein soll. Ich finde, das soll etwas sein, was jeder sich leisten könnte. Leisten sollte. Und, ja, insofern, es freut mich auch, wenn euch so etwas gefällt, dass euch so etwas gefällt. Und, ja, wenn ihr glücklich seid, bin ich auch glücklich. So. Oh, jetzt mal Real Talk. Diese graue Porsche. Magnum Grau. Komm, wir machen Magnum Grau. Wir machen mal so eine Magnum Grau Edition, so. Ja, komm, machen wir sowas. Ja. Ich meine, wir können es auch so orange machen, aber... Sekundärfarbe. So, jetzt kommt es, Leute. Was machen wir als Sekundärfarbe? Das Gelb. Oh, Max wird das nicht kommen sehen. Max wird das nicht kommen sehen, Leute. Max wird das nicht kommen sehen. Nur Jog, der wird das überhaupt nicht kommen sehen. So. Ich bin jetzt auch glücklich. Aber wenn ihr glücklich seid, bin ich auch glücklich. So ist es einfach. Ja, das muss ich in Hochglanz machen. Das muss in Hochglanz sein. Dann sieht es auch am besten aus. Oh, das hat schon ein bisschen was. Oh, das hat was, Alter. So. So. Leute, jetzt, jetzt, jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es schwierig mit den Reifen. Welche nehmen wir dafür? Das könnte passen. Boah, das wird so schwer, Leute. Max macht Oliv. Okay. Oh, SUV-Reifen. SUV-Felgen. Oh, wir haben nur noch zwei Minuten, ne? Ne, komm, ich nehme die hier. Ne, komm, ich nehme die hier. Boah, Alter. No joke, Leute. Sagt mir bitte nicht, dass der hässlich ist. Das ist so heftig. Das ist echt heftig. Die Kombi ist ja Hammer. Die Kombi ist der absolute Hammer. Das ist ja Wahnsinn. Magnum Grau, Leute. Das ist ja Hammer. Ey, das ist wirklich der Hammer. Ich bin richtig zufrieden, wie der geworden ist. Also, ich bin fertig, ne? Ich bin ready. Habe ich irgendwas vergessen? Interieurfarbe? Ne, geht nicht. Kann man nicht ändern. Ich bin ready. I'm ready, Leute. I am ready. Oh, boy. Der ist heftig. Yellow Knight Edition kann man schon fast sagen. So. Das ist geil. Also, man. Real Talk, Leute. Real Talk. Der ist schon. Uh. Let's go, man. Let's go. Was meint ihr dazu? Wie findet ihr den optisch? Wie gefällt er euch? Ist der geil? Daumen nach oben? Wer macht ihr Daumen nach oben? Nach unten, meine ich. Wer macht das hier? Max macht nur Olive. Nur Olive. Ja, also hier. Da ist ein bisschen Farbe im Spiel. Ich meine, ihr gönnt euch auch dieses große Panoram. Panoramadach, was wir hier haben, ne? Das ist echt ein nice Panoramadach. Ähm. Ja, also ich muss sagen, ne? Der Hammer. Der absolute Hammer, sag ich euch. Geiler Wagen, ne? Geiler Wagen. Ich finde den optisch Hammer. Optisch sehr Wahnsinn. Ja, Mensch. 19 Uhr, Alter. 19 Uhr. So, Jungs. Wie sieht's aus? Mensch. 19 Uhr. Fertig. Ja, ich bin auf die Minute, genau. Ich bin auch fertig. Ist draußen hell. Ja, ich würde sagen, wir treffen uns beim Tuning-Tunnel, oder? Ja, wenn's hell ist, können wir uns auch draußen treffen. Wie kriegt man nochmal die Lichter an und so? Äh, bei Fahrzeuge, ne? Genau. Ja, ja. Im Interaktionsmenü. Boah, Junge, ich bin richtig zufrieden. Fandet ihr die Farbe auch sehr schwer? Nein. Nee, der ja. Nein. Boah, Digga, Alter, meiner sieht krank aus. Das ist auch mal was ganz anders. Das ist beim Tuning-Tunnel-Treffen. Junge, meiner hat so geile Akzente, muss ich sagen. Ich finde die Farbe... Ey, die Leute, guck mal, wie das aussieht. Wie cool das ist. Ich war mir echt nicht sicher, aber es ist cooler, als ich dachte. Äh, fährst du schon? Ich bin da gespannt. Fährst du schon? Ja, ja, wir treffen uns beim Tuning-Tunnel. Okay. Auf geht's. Auf geht's. Leute, das ist krank. Das sieht richtig geil aus. Bitte keinen Schaden machen. Oh, Junge, ich hab keinen Bock auf Schaden. Ah, ich hab kaputt gemacht. Perfekt. Ja, ich war auch gerade noch mal schnell bei Alice Kirsten. Ey, jemand schießt auf mich, ey. Du kleiner Hund, Alter. Übertreib mich, Madness Fargo. Junge, der sieht so geil aus. Ah, der hier ist gerade einer, der ein bisschen Aufmerksamkeit braucht. Der Sound ist auch schön. Jetzt hat er mich natürlich gerammt, aber egal. Äh, da fahren ein paar Leute durch den Tuning-Tunnel, oder? Egal, lass einfach da schnell treffen. So. Ich bin unterwegs. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht abgeknallt. Digger, mein Wagen sieht absolut geschrottet aus, Digger, aber egal. So, fahr du. Wer ist das? Achso, hier. Ich würde sagen, wir tun nacheinander vorstellen. Dann dürfen wir immer in die Mitte fahren. Machen wir so. Jo, okay. Dann Daking, bleib du einfach mal stehen. Okay, ich stehe hier. Guck mal, ich habe schwarze Felgen, diese neuen Felgen, die es gibt, ne? Neu? Ja, sei mal ehrlich, hast du meinen Stream geschaut, Daking? Nein, gar nicht. Okay. Und dann habe ich so einen Sandbraun genommen. Weißt du, welche Farbe das auch so ein bisschen ist? Der Lamborghini von Samra hat die Farbe auch. Okay, okay, ja. Dadurch, ich fand die passt halt sehr gut. Dann habe ich als Perle-Effekt noch so ein Eisweiß gemacht. Da die Fister-Streifen weiß sind und hier an den Reifen das weiß ist. Und als Sekundärfarbe habe ich schwarz gemacht. Einfach aus dem Grund, weil er viele schwarze Akzente hat. Hinten habe ich den Spoiler weggelassen. Habe nur den Dach-Spoiler. Weil ich finde, der eine Spoiler hat nicht gepasst. Also Leute, wir machen hier auf jeden Fall gleich Abstimmung im Live-Chat. Ich bin sehr gespannt, wie ihr euch entscheidet. Aber ich muss sagen, Daking, es sieht geil aus, Digga, was du gemacht hast. Gefällt mir. Ja, ist so simpel. Ich habe gesagt, ob du meinen Stream geschaut hast, weil du hast voll ähnlich wie ich gedacht. Ich wollte auch so ein bisschen eine andere Farbe, habe auch diese neuen Felgen und so. Auch die gleiche Aufschrift. Also deswegen, ich dachte schon so. Nee, nee. Die Neonleuchten, sind die beabsichtigt, Weiß? Ja. Okay, okay. Ja gut, es gibt ja kein Beig, ne? Ja, das finde ich nicht cool, Digga. Das ist auch mal ein bisschen was anderes. Ja gut, komm, dann wäre es hier der Schwarz-Gelbe? Ich, ich. Dann mach ID-Talk, mach du mal weiter. Es ist nicht genau schwarz. Es ist Magnum Grau. Das ist schon grau, ne? Das ist Magnum Matt Grau. Das ist wie bei Mercedes. Ja. Vorsicht. So, also. Ich habe mir hier so ein bisschen die Yellow Knight Edition zur Inspiration genommen. Habe ich schon gemerkt. Ja, also Felgen so Standard Schwarz halt. Dann habe ich darauf geachtet. Aber Felgen sind, du hättest auf die größere Felgen nehmen. Ich habe SUV-Felgen genommen. Also das sind SUV-Felgen, keine Tuner-Felgen oder so. Dann habe ich an den Seitenschwellern noch so diese Sekundärfarben in Gelb gehabt. Ich habe die Design-Elemente auch mit diesem Grau, Matt Grau und Gelb gemacht. Dann habe ich vorne, also wie gesagt, die Lackierung ist so matt, dunkelgrau. Die Motorhaube, das ist aber ein Hochglanz. Und das Hochglanz erstreckt sich bis zum Dach. Also das ist so, Dach ist Carbon-Elemente. Dann, ja, Motorhaube ist gelb mit diesen Streifen, die da sind, was so gut zusammenpasst. Und dann hinten haben wir dann so zwei Spoiler. Einmal so diesen dezenten Spoiler an der Kofferraumklappe. Und das andere hier mit diesem Doppelspoiler, wo noch ein bisschen dieses Gelb da gezeigt wird. Ja, ich muss sagen, also sieht auch gut aus, stimmig auf jeden Fall. Alles klar, von den Farben passt sehr gut. Ich finde es nur ein bisschen Standard. Aber ist egal, ich will es nicht sagen, Geschmackssache, Leute. Meinst du, weil ich finde, das mit der Motorhaube macht es schon wieder besonders. Ich wollte es nicht zu... Wo sage ich dir ganz ehrlich, ich bin die Motorhaube übertrieben. Ich habe direkt so gedacht, dass es diese Standard-CLA-Starter-Pack, dieses matt-Selenit-Grau und dann irgendwie die Yellow-Night-Edition. Aber das ist jetzt nicht unbedingt erwartet. Also so eine matt-Farbe. Es sieht natürlich stimmig aus. Und natürlich auch die Neon leuchten in Gelb. Das ist ja auch ganz klar. Ist der Bergkant noch da? Na komm, ich mache einfach mal als nächstes. Ich glaube, Bergkant hat gar nicht mitgetunt. Weiß gar nicht. Da hinten ist ja noch ein anderer. So, dann bin ich jetzt hier dran. Überleg mal, der ist für mich zu tief. Also das ist meine Kiste, Jungs, hier. Du hast auch mal was gewagt, das feiere ich. Ja, ja, Digga. Also ich habe auch mal wirklich komplett anders gedacht. Ich habe auch zuerst so ein bisschen, zuerst hatte ich so ein matt, so ein dunkles, was hatte ich zuerst? Lass mich lügen. Ach so, so ein dunkles grün matt und wolltest du mit orange, aber das war schon wieder mir jetzt so zu Standard. Und ich habe mir diesmal gedacht, dann habe ich auch diese neuen Felgen gesehen, diese Tellerfelgen und habe den so richtig Militär-Offroad-mäßig gemacht. Also alles an dem Fahrzeug ist quasi in diesem Militär-Olivgrün mit Carbon-Elementen, so sehr Offroad-mäßig. Auch mit diesen Tellerfelgen, der soll so richtig so ein bisschen kugelsicher sein, der Wagen. Weißt du, ich habe den auch gar nicht tiefer gelegt, das soll so richtig Offroad-Military-Vibe sein, so vom Ding her. Und halt wirklich, ich wollte auch mal ein bisschen was anderes, weil jetzt nicht, dass alle Kisten immer gleich aussehen, weißt du? Mhm. Gab es keine anderen Design-Elemente, weil dieses Weiß ist ein bisschen prominent, weißt du, dieses Fister, was da steht. Also ich glaube, ohne wird es vielleicht... Das habe ich ja extra zu den Reifen kombiniert, ne? Ja, gut, zu den Reifen passt es schon. Weil bei den Reifen ist ja eine weiße Aufschrift so und deswegen habe ich das weiße Ding, also ich finde es stimmig. Hinten hast du dann schwarzen Carbon-Spoiler und dann das hier mit dieser Standard-Lippe in dem Olivgrün gelassen. Ja, ich finde die Felgen, die sind sehr nice, also die Felgen. Was mir leider bei dem Fahrzeug gefehlt hat, ist der Innenraum, dass man den Innenraum noch haben kann. Kann man nicht noch machen. Kannst du nicht ändern, leider. Ja, das war leider schade. Ja. Okay, dann würde ich sagen, lass uns die Fahrzeuge nochmal nebeneinander stellen, dann darf die Community jetzt abstimmen. Yo. So. Ach nee, warte, Berkant hat seinen noch. Ach, der hat doch einen, noch. Warte, ich stelle meinen trotzdem einfach mal so. Aber finde ich auch cool, die Leute, die sind hier Silveira oder so, wer hier kommt, mitguckt, ist kein Problem, aber macht keine Action. So. So. Okay, Berkant hat hier sein, ich würde sagen, relativ standardmäßig, einfach so ein schwarz-metallic. Also der Wagen, den kennt man tatsächlich so in real life so sehen halt. Klar, weiße Felgen, ein bisschen gewagter, aber sehr so standard-weiß-schwarze Fistenaufschwürfe. Ja. Auf Cabrio angelehnt. Ähm, ja. Ich muss sagen, ich finde es persönlich ein bisschen, sieht nicht schlecht aus. Ach, wir haben die Auspüffe gar nicht reviewt. Welche Auspüffe habt ihr genommen? Die haben alle, glaube ich, die abgesenkt. Ja, ich habe die Doppelten, die müssen abstehen. Ja, ja, habe ich auch, habe ich auch. Ja, genau, Berkant auf schlicht angelehnt. Okay, Berkant, du darfst deinen auch neben unseren stellen. Also gab es jetzt an sich ja nicht viel dazu zu sagen, ne? Okay, Leute, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier mal in meinem Live-Chat eine Abstimmung ready. So. Man kann es ja auch mal bei sich machen. Ja, ich mache erstmal bei mir kurz die Lichter an. So. Wo geht das nochmal? Persönliches Fahrzeug fernsteuern, Motor auf aus, her an. Die Lichter anmachen, damit wir euch ein gutes Bild davon machen können. So, Scheinwerfer auf an, Neonlicht ist auf an. Was hast du jetzt persönlich zu fahren? Wer soll alles in die Abstimmung? Warte. Welches Auto das schönste? So, Leute. Also hier könnt ihr nochmal alle Porsches sehen, welcher euch persönlich am besten gefallen hat. Für ihr könnt jetzt abstimmen, macht auf jeden Fall alle mit. Wer hat gewonnen? Fragezeichen. So. Ich bin mir echt gespannt. Ich bin auch gespannt. Also ich muss sagen, mein persönlicher Favorit, abgesehen von meinem, fand ich D-King am coolsten, weil es auch mal was anderes ist. So, warte, ich mache hier... Meins, ne? D-King. Ja, Bro, ich finde das absolut stimmig und ist auch mal was anderes. Deswegen, also... Ja, ich würde das... Ja... Aber warte, es gibt... Warte, was... Ja... Ich würde dann, wenn ich nicht für meins stimmen darf, dann würde ich für Max stimmen. So. So, Leute, Abstimmung ist raus. Also deiner sieht auch richtig geil aus, aber war mir zu... Schon zu oft gesehen. Standardmäßig, ne? Ja. Ich finde aber bei dem, da erwartest du es, weil es ein SUV ist. Da passt so ein... So, ich wollte den nicht komplett schwarz lassen. Hätte du es noch rot gemacht, dann wäre es diese Standard-GTA... Der erste Mal, dass man ein Auto in GTA tun schwarz-rot-mäßig, weißt du? Und das ging, glaube ich, nicht, weil diese Designstreifen waren nicht in diesem rot. Ich kann sein, dass es die vielleicht auch gab, aber daran habe ich erst mal nicht gedacht, ne? Ja, du kannst Sekundärfarbe rot machen. Dann ist der Streifen aber gelb, ne? Achso, stimmt, da ist noch ein Streifen. Das ist ja dieses Design, deswegen musste ich das anpassen an das Gelb. Und ich habe es in Hochplatz gemacht, damit es schöner... Das Ding ist... Ich kriege da... Ich glaube, bei mir ist halt... Ich kriege da keine richtige... Bei mir ist halt 70% haben für mich gestimmt, aber das ist natürlich auch meine Community... Ja, bei mir haben 63% für mich gestimmt, also... Man ist halt immer ein bisschen... Die Leute sind halt ein bisschen voreingenommen. Aber bei mir der... Wer ist denn bei dir der zweite Platz, Idzog? Also, das würde ich auch mal gucken. Äh... Crymax mit 34% und D-King mit 3%. Bei mir ist nämlich sogar D-King der zweite Platz. Ah! Also, ich muss auf ganz realistisch... Ich würde sogar sagen, so wirklich D-King ist für mich der Gewinner. Sieht für mich sehr cool aus. Und dafür, dass D-King hier keine Community hat, das muss man ja immer noch mit einbestimmen, hat der Ding... Also, ich finde, hat D-King wirklich gut gemacht. Ja komm, auch wenn es überhaupt nicht meine Farbe ist, dann kann ich dem mal zustimmen. Aber die Farbe ist halt gewöhnungsbedürftig. Nee, das Sandbrauen habe ich noch nie bei einem Tuning-Dings genommen. Auf eine Art und Weise finde ich alle sehr nice. Ja, jeder hat so ein bisschen seins. Jeder hat so seinen Stil, finde ich sehr cool. Vor allem das Geile ist, nicht jeder nimmt diese standardmäßigen Spoiler... Er kann nur 2%, also Deins war ein bisschen reingestellt. Das Beste ist halt, dass nicht jeder einfach diesen untersten Spoiler nimmt, die unterste Motorhaube und so, sondern man schon etwas anderes nimmt, ne? Also, D-King hat ja auch... Und ich muss auch mal Props rausgeben hier an die Spieler, die hier sind. Einmal Pizzaknacks und Silver, dass ihr hier einfach keine Praxis macht. Pizzaknacks?! Geil! Es gibt noch normale GTA-Spieler, die hier nicht kontrollen müssen. Finde ich sehr, sehr nice. Ja, Applaus! Wir sind am Ende des Streams angekommen. Ich müde mich mal, Jungs. War sehr nice mit euch. Ich auch. So. So, Leute. Dann würde ich an der Stelle sagen, ich beende den Livestream heute auch. Hat auf jeden Fall eine Menge, Menge Spaß gemacht, Leute. Heute wird es kein neues GTA-Video geben. Das gibt's dann morgen wieder. Deswegen hoffe ich, ja, dass euch dieser Stream gefallen hat. Ihr könnt euch den natürlich auch komplett anschauen, so im Nachhinein, wenn ihr das möchtet. Und lasst gerne natürlich einen Daumen nach oben da, Leute. Wenn's euch gefallen hat, vergesst natürlich nicht gerne den Kanal noch kostenlos zu abonnieren. Und, äh, ich geh einfach mal raus. Aus geht hier online. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video wieder, Leute. Morgen wird's auch, glaub ich, dann keinen Livestream geben. Es kann sein, dass Max noch streamen wird. Aber ich bin nicht zu Hause. Deswegen geht's bei mir nicht. Und in dem Sinne würde ich sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Eidizock ist raus. Ja, war echt geil. Ciao.